Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Das Hintenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Die Fritzle-Box und ich grüßen dich. Ich wollte es gerade schon sagen. Also der eine oder andere wird sich wundern, warum heute Morgen keine neue STR-Ausgabe in seinem Podcatcher zu finden war. Der Grund war Unity Media, denn die haben dich, Sebastian, in den Stich gelassen. Ja, also das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu machen. Wir sind ja auf der Jagd nach diesen Knacksern in meiner Aufnahme. Und ich bin mit dem Hank auf Twitter auf die Spur gekommen, dass eventuell diese blöde Horizon-Box von Unity Media, die ich im Einsatz habe, schuld dran sein könnte, obwohl ich mit dem Kabel drin stecke. Und diese Box stellt auch ein ganz furchtbares WLAN zur Verfügung. Mittlerweile verkauft oder vertreibt Unity Media diese Box auch gar nicht mehr so als Standalone-Lösung, sondern du kriegst immer noch irgendeine Connect-Box oder eine Fritz-Box mit dazu fürs WLAN. Und dann habe ich dann bei Unity Media meinen Vertrag geändert, dass ich halt auch so eine Fritz-Box bekomme. Und bei der Gelegenheit hat mir dann der nette Mitarbeiter auch gleich noch eine schnellere Leitung mit aufgequatscht, was aber dann nicht wirklich teurer war. Deswegen war das total okay. Und gestern Morgen kam dann eine SMS, dass ich meine neuen Produkte jetzt nutzen kann und Unity Media total glücklich ist, dass ich weiterhin ihr Kunde bin. Das war auch super, nur es ging gar nichts mehr. Das Telefon ging nicht, das Internet ging nicht, es ging überhaupt gar nichts mehr. Worauf ich ihn dann dort angerufen habe, habe ich gesagt, na alles leuchtet rot und nichts funktioniert mehr. Und dann meinte der nette Mitarbeiter an der Hotline, ja, das muss so sein, Sie müssen jetzt Ihre Fritz-Box anschließen. Und er hat gesagt, ich habe aber keine Fritz-Box bekommen. Und dann meinte er, aber wir haben Ihnen einen geschickt. Ich so, ich habe aber keine bekommen. Und dann stellte sich raus, Sie haben Sie an eine Adresse geschickt, die seit drei Jahren nicht mehr die unsere ist. Und insofern stand ich dann ohne Fritz-Box da. Und habe dann gestern die Nerven verloren, habe mir dann eine gekauft, weil ich jetzt auch nicht warten möchte, wann jetzt diese Fritz-Box endlich bei uns ankommt, die jetzt erneut verschickt worden ist oder auch nicht. Und habe mir eine gekauft, aber auch die muss dann von Unity Media erst wieder freigeschaltet werden. Und das war jetzt heute Morgen der Fall. Und jetzt bin ich hier hoffentlich ohne Knacksen und mit quasi Lichtgeschwindigkeit. Also wenn ich jetzt ein bisschen schneller rede, dann liegt es daran, dass ich jetzt so wahnsinnig schnelles Internet habe. Also ich könnte sagen, das Knacksen ist noch nicht ganz weg. Wir können aber zumindest jetzt schon mal eine Fehlerquelle ausschließen. Es scheint nicht die Horizon-Box gewesen zu sein. Das macht mich aber nicht glücklich. Ja, ich kann es mir vorstellen. Nein, aber auch mal gucken. Vielleicht muss ich es auch noch einrütteln. Ja, also man kennt das ja. Da muss jetzt mal überall das Öl durchfließen und einmal Temperatur erreicht sein, bis dann so eine Box richtig funktioniert. Also von daher, ich bin da guter Dinge. Sollte es weiter knacksen oder schlimmer werden, dann werden wir natürlich auf das gute alte Medium Skype zurückgreifen. Da ist zwar die Audio-Qualität deutlich schlechter, aber verrückterweise zuverlässiger als Studio Link. Weil das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass Studio Link den ein oder anderen Bug in seiner Beta hat. Also wir forschen weiter, könnte man so sagen. Ja, und ich muss dich natürlich noch fragen, du hast gesagt, die Box kam nicht an und solche Ausreden kommen mir bekannt vor. Ja, also es sind immer die anderen. Jetzt frage ich dich erstmal, bevor ich mir vielleicht dann Gedanken mache, nicht zu Unity Media zu wechseln, weil auch ich bin hier mit meinem Anbieter, das wäre die Deutsche Telekom, nicht ganz so zufrieden und spielte mit dem Gedanken, ja einen Provider-Wechsel vorzunehmen. Aber jetzt folgende wichtige Information deinerseits, hast du denn die Komplettlösung gebucht oder meintest du, dass du irgendwelche Komponenten selber stellen könntest? In der Tat habe ich mir jetzt ja diese Fritzbox selber gekauft, weil die Gemietete ja irgendwann dann vielleicht mal ankommt. Aber ich bin da, ja, das Recht zu meiner Seite, also man hat jetzt mittlerweile freie Modem-Wahl irgendwie und ich habe mich auch nicht für eine Billiglösung entschieden, sondern ich habe wirklich, ja, für Qualität gesorgt und kann mir da keinen Vorwurf machen, dass der Fehler auf meiner Seite liegen könnte. Gut, also hier wird anders gearbeitet als bei manchem ehemaligen Bundesliga-Verein, das können wir festhalten. Und was wir auch festhalten können, Deutschland 2019, da werden die Modems vermietet, so läuft das nämlich bei uns. Das ist auch absurd, dass man ein Modem sich mieten kann, aber ja gut, so sind wir halt hier im Internetentwicklungsland Deutschland. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, das ist nämlich der Fußball. Und wenn man sich so überlegt, die letzte Ausgabe war sehr hitzig, von Enttäuschung geprägt, möchte ich fast schon sagen, war kurz nach dem Debakel von Hamburg, dem denkwürdigen 2 zu 6, muss man an der Stelle nochmal sagen. Und kurz vorm DFB-Pokalfinale, nee, Moment, das bin ich schon zwei, drei Runden zu früh, vor der zweiten Runde im DFB-Pokal, so ist es richtig, da haben wir dem VfB nicht allzu viele Chancen zugesprochen. Aber am Ende muss man sagen, hat sich die Mannschaft deutlich gesteigert im Vergleich zum Ligaspiel und konnte durch ein 2 zu 1 Sieg, der glaube ich in der 110. Minute zustande kam. Spät auf jeden Fall, spät. Ja, spät, die nächste Runde erreichen, darüber habe ich mich sehr gefreut, aber noch mehr habe ich mich natürlich über die Leistungssteigerung gefreut, die wir da schon dann wahrnehmen konnten. Also das war auf jeden Fall schon deutlich besser, was die Mannschaft da gezeigt hat und vor allem fand ich es erfrischend und ja einfach auch gut, dass Tim Walter sein System dann doch angepasst hat und er nicht so dogmatisch auf seine Raute und seine Rohraden gesetzt hat, sondern gemerkt hat, er muss ein bisschen was verändern, um der Mannschaft mehr Stabilität mitzugeben und das zahlt er sich am Ende auch aus. Ich denke mal, Sebastian, du hast das eh nicht gesehen. Ja, total, also ich meine, jetzt haben wir auch November, da ist es nur folgerichtig, dass Tim Walter jetzt von der Raute mehr Richtung Tannenbaum geht. Weihnachten ist nicht mehr weit weg und ja, er hat ja dann wirklich das bewiesen, was wir ihm ja nicht unbedingt zugetraut haben oder uns gefragt haben, ob er oder wie flexibel er ist und ja, er ist so flexibel, das System zu ändern und vielleicht auch ein bisschen die Spielweise, weil man das in Hamburg dann sieht, war klar mit nicht so exorbitantem Ballbesitz wie üblich, aber man hat, um jetzt einen kleinen Vorgriff zu wagen, das ja auch ein Stück weit gegen Dresden gesehen, dass diese ganzen Statistiken ja deutlich anders aussahen als in den Spielen gegen Kiel oder gegen BNWs Baden. Und ja, also ich finde schon, er hat genau das gemacht, was alle gefordert haben, nämlich die Taktik ein bisschen angepasst. Also einmal halt, was sich dann in der Aufstellung halt niedergeschlagen hat, aber auch in der Spielweise, was man dann vor allem gegen Dresden gesehen hat. Ja, wir werden, wenn wir über das Spiel gegen Dresden gleich sprechen, dann natürlich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen waren wir zufrieden mit dem Zeichen oder mit der Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat und vor allem natürlich dann auch mit dem Erreichen des Achtelfinals, das am 4. oder 5. Februar ausgetragen wird. Leider Gottes in Leverkusen. Also ja, ist jetzt nicht das allerattraktivste Los, wobei ich sagen muss, dass mich das Duell an sich schon interessiert. Ja, weil du natürlich jetzt hier zwei Trainer sehen wirst, die dafür bekannt sind, offensiv spielen zu wollen. Und natürlich ist es auch so ein kleiner Teaser, wie es mit weiteres System wirklich dann in der Bundesliga funktionieren könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB da nicht ganz chancenlos ist in Leverkusen. Ich erinnere da zum Beispiel an das Champions-League-Spiel von Lok Moskau, die in Leverkusen mit 2 zu 1 besiegen konnten. Und ich glaube, wenn du hier wirklich gut verteidigst und die Mannschaft das abruft, was weiter von ihr verlangt und dann wirklich auch einen Sahnetag erwischt, dann ist schon was drin. Aber es ist natürlich extrem schwer gegen Leverkusen, eine Runde weiterzukommen. Aber meine Güte, ist halt so. Ich weiß nicht, was sagst du zum Los? Ist es dir eh egal? Nee, das nicht. Also ich hatte gesagt, gegen Hamburg ist mir erstmal egal. Aber jetzt, wo man dann endlich mal weiter ist, hatte ich mir natürlich sehr, sehr ein Heimspiel gewünscht. Gab es mal wieder nicht. Im ersten Moment war ich dann auch wieder, ja, war ich dann echt ein bisschen enttäuscht, weil jetzt nicht so der super attraktive Gegner, aber natürlich ein starker Gegner. Andererseits, du hast es angesprochen und auch ein Hörer dann auf der Mailbox, treffen natürlich zwei Offensiv-Trainer aufeinander. Und ja, das könnte eine relativ schöne Veranstaltung werden. Und wenn ich das, ich gucke, echt nicht mehr viel Erste Liga, aber ich glaube, Leverkusen ist ja auch nicht wirklich konstant und so ein bisschen eine Wundertüte. Warum soll da nichts drin sein? Und wie jetzt so die äußeren Bedingungen Anfang Februar sind, das weiß man ja auch nicht. Da kann ja auch irgendwie der rote Ball zum Einsatz kommen und die spielen auf Schnee oder es kann sonst was passieren. Ja, also ganz chancenlos ist der VfB nicht. Und wie du sagst, es ist halt wirklich mal ein schöner Lackmustest, wie sich das System Walter, wie es dahin auch immer aussehen mag, dann mal gegen den Erstligisten schlägt. Ja, also ich habe irgendwie schon ein bisschen Bock drauf auf die Nummer. Hoffe natürlich, dass das nicht irgendwie, ja, dann dazu führt, dass sich der eine oder andere verletzt oder dass wir dadurch irgendwie federn lassen in der Meisterschaft in der zweiten Liga. Aber im Großen und Ganzen bin ich gespannt, wie das ausgeht. Tim Walter hat sich dazu auch geäußert, meinte, wir hätten natürlich lieber zu Hause gespielt. Im Pokal wünscht man sich immer ein Heimspiel, um mit den Fans im Rücken antreten zu können. Bayer Leverkusen ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga und damit eine sehr schwere Aufgabe. Das ist die Corporate-Antwort. Sven Mislentat bläst, ja, irgendwie ins selbe Horn. Er meinte, Bayer Leverkusen ist ein sehr, sehr schwerer Gegner. Noch dazu auswärts, das Spiel wird eine Riesenherausforderung für unsere junge Mannschaft. Aber genau das ist, glaube ich, auch die Chance. Ja, also da sind viele Leute dabei, die sich, glaube ich, sehr, sehr gerne mal mit einem so starken Gegner messen. Vor allem, weil du halt in der zweiten Liga jetzt ständig dieses tiefstehende Gegner, der mit allen noch halblegalen Mitteln versucht, dich am Tore schießen zu hindern, jetzt dann vielleicht im Februar auf eine Mannschaft triffst, die genau das Gegenteil macht, nämlich die Fußball spielen will. Und das wird halt dann, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, interessant sein, wie sich der VfB da aus der Fähre zieht. Man muss ja auch noch die positive Seite sehen, es dürfte nicht unmöglich sein, an Tickets zu kommen für VfB-Fans. Das stimmt. Also bei dem Spiel haben wir wirklich gute Chancen, dass alle, die nach Leverkusen wollen, dann auch ein Ticket bekommen. Obwohl wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Leverkusen nicht allzu schöne Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wie war denn das das letzte Mal? War das nicht auch so ein Katastrophenspiel in Leverkusen, dass wir haushoch verloren haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Mir ist da irgendwas im Hinterkopf, dass wir da auch massiv untergegangen sind. Aber ja, mal gucken, wie es endlich mal hat. In der Regel hat ja immer Stefan Kießling gegen den VfB getroffen. Das macht er jetzt nicht mehr. Und es gibt natürlich, ja, ich glaube, um mal schon zum Mann der Ausgabe zu kommen, Santi Ascaciba hat natürlich auch so Leverkusen-Vergangenheit mit seiner Geschichte dagegen gegen Havertz, wo er vom Platz geflogen ist. Und auch im Spiel in der Saison davor hat er ja so ein paar Szenen gehabt, wie er, glaube ich, den Julian Brandt, der jetzt hier in Dortmund spielt, dann irgendwie da mal ganz rigoros abgeräumt hat und so weiter. Und dann noch Anfang Februar auf knallhart gefrorenem Boden. Na gut, die werden Rasenheizung haben. Also das, ja, das könnte das werden. Und es gab das Duell zwischen Santi und Havertz. Havertz, genau. Genau. Das hat die gerote Karte bekommen. Also da gibt es schon noch vielleicht das ein oder andere Hühnchen zu rupfen zwischen dem Argentinier und dem Herrn Havertz. Ich bin gespannt, ob es dazu kommt. Vielleicht noch einen kurzen Satz von Simon Rolfes, dem Sportdirektor bei Leverkusen. Der meinte, ein tolles Los für uns. Der VfB wird viele Fans mitbringen. Das wird ein ganz heißer Pokalfight mit sicherlich großartiger Atmosphäre. Also gerade dafür ist ja Leverkusen bekannt. Unser klarer Anspruch ist es, dieses Duell für uns zu entscheiden und ins Viertelfinale zu kommen. Ja, also die Favoritenrolle ist damit geklärt. Auch wenn Tim Walder ja gerne Favorit ist. In dem Spiel wird eher Leverkusen als Favorit ins Rennen gehen. Gut, dann kommen wir mal zum Spiel gegen Dresden. Jetzt muss ich überlegen, du warst nicht im Stadion, richtig? Nee, ich war auf der Autobahn. Ah ja, das ist doch auch schön. Ja, geht so. Ja, also das zweite Heimspiel in Folge, wo Familie vor VfB ging. Das ist halt dann manchmal so und das ist ja glaube ich auch richtig so. Aber ich habe leider nicht so viel gesehen. Also da, wo es dann LTE gab, habe ich sehen können und habe so 40 Prozent des Spiels vielleicht dann auf der Autobahn sehen können. Als Beifahrer natürlich, nicht als Fahrer. Und die anderen 60 Prozent musste ich ja nachholen. Na, ich hoffe, dass es die 40 Prozent der ersten Halbzeit waren, die du sehen konntest, denn das waren die Besten aus meiner Sicht. Ich muss noch kurz sagen, ich war diesmal nicht beim Becherpfand, denn normalerweise bin ich nicht abergläubisch, aber die letzten beiden Male war ich beim Becherpfand und der VfB hat seine Heimspiele verloren. Dann dachte ich mir diesmal, nö, ich gehe jetzt nicht zum Becherpfand und ziehe es so durch, wie ich es früher auch gemacht habe, sprich direkt vom Auto ins Stadion und siehe da, der VfB gewinnt wieder. Also, jetzt werde ich doch noch abergläubisch. Ich kann aber noch erzählen, dass meine Sitznachbarn, da gibt es wieder Neuigkeiten, also das muss ich weiter ausholen. Also, zum einen hatte ich diesmal neue Sitznachbarn. Fußball-Novizen, möchte ich fast schon sagen. Das erkennt man immer daran, dass jemand mit einem prall gefüllten Rucksack ins Stadion kommt. Das ist immer kein gutes Zeichen, ja. Und ich frage mich ja immer, was haben denn Leute, also wenn sie zu zweit ins Stadion gehen, Männlein, Weiblein, was haben denn die alles in diesem Rucksack? Ein paar Dinge konnte ich jetzt herausfinden. Also, zum einen waren Sitzkissen mit in diesem Rucksack. Riesige Sitzkissen, die ein bisschen zu groß für die Sitzschalen beim VfB waren, so dass ich ein Sitzkissen immer in der Seite stecken hatte. Das war schön, das war ein gutes Gefühl. Dann waren jeweils, also ich würde sie als Übergangsjacken bezeichnen, mit im Rucksack. Und überraschenderweise eine PET-Flasche. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, aber ja, kann man mal sehen. Sie haben es geschafft, eine Plastiflasche mit im Stadion zu schmuggeln. Und dann war es halt so, dass die Frau während dem Spiel sich viel mehr für die Fanblöcke interessiert hat. Also, das ist ja auch völlig okay. Ich finde ja, das Spiel an sich ist ja fast schon Nebensache bei einem Stadionbesuch. Ich finde wirklich auch das Drumherum und was da auf den Rängen passiert und natürlich auf den Trainerbänken, mindestens genauso interessant wie das Spiel an sich. Nur die Frau war völlig fasziniert von den Dresdnern und natürlich auch von dem VfB-Blog und hat dann das kommentiert. Das fand ich aber irgendwie schon interessant und auch possierlich. Also, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu despektierlich rüber. Überhaupt nicht. Ja gut, es war halt so, dass sie dann zu Beginn zu ihrem Mann leise sagte, siehste, jetzt warten die Dresdner, bis die Stuttgarter fertig gesungen haben und dann kommt direkt der Konter. Da muss sie schon das erste Mal ein bisschen schmunzeln. Und dann kam es natürlich zu der Situation, dass beide Fanlager plötzlich gesungen haben. Und dann hat der Mann ihr auch erklärt, nee, das ist jetzt nicht so, dass das ein klassischer Wechselgesang ist, sprich, die einen beleidigen die anderen und dann dürfen die danach legen, sondern dass da halt jeder so seine Gesänge hat und natürlich gibt es da auch mal was Beleidendiges. Und die fand das auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr interessant, war damit beschäftigt. Meine bekannten Nebensitzer, du erinnerst dich an die Frau, die Knieprobleme hat und der Mann, der ja immer die Beine so auseinanderspreizt, wenn er neben mir sitzt, sodass ich kaum Platz hatte. Also du merkst jetzt schon langsam, auf was es hinausläuft. Von der einen Seite hatte ich so ein Sitzkissen in der Seite stecken und auf der anderen Seite saß der Mann mit gespreizten Beinen wieder neben mir und ich hätte mich gern fotografieren lassen in dieser Situation. Also es sah bestimmt sehr merkwürdig aus, wenn der 1,90 Mann so eingeklemmt zwischen Personen und anderen Gegenständen da auf seinen Platz sitzt, wahrscheinlich total grimmig reinguckt, weil, ja, es war jetzt nicht allzu besonders, muss ich sagen. Aber auf was ich noch zu sprechen kommen wollte, war die Unterhaltung, die dann auch links von mir, sprich, ja, die Frau mit Kniebeschwerden mit ihrem Mann so führte. Denn während dem Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, machte sich natürlich wieder auf der Haupttribüne Unmut breit. Es wurde hier und da mal gefiffen und geflucht, wie man dann jetzt den Ball zurückspielen konnte. Und da fragte die Frau ihren Mann, ja, warum machen die denn das? Ja, ihr wisst es doch. Auet, sagt der. Immer das mit der Scheiß, Sicherheit, Sicherheit. Da wird doch nichts draus. Und dann hat sie mehrfach gefragt, sag doch mal, warum, was machen die denn da? Ich weiß es nicht, der Walder mit seinem Scheißdreck da immer. Und das fand ich dann auch wiederum unterhaltsam. Also es ist schon ein besonderer Platz, muss ich sagen. Ja, aber das scheint ja so eine ganz grundsätzliche Stimmung, jetzt vielleicht nicht nur auf der Haupttribüne, sondern auch auf der Gegentribüne zu sein. Also das verstehe ich nicht. Also keine Ahnung, steigt dann der VfB am 34. oder früher auf und die Leute pfeifen immer noch, wenn bei einem 2 zu 0 dann der Ball zurückgespielt wird. Also ich finde das irgendwie schon ziemlich absurd. Also für mich war es diesmal deutlich angenehmer, muss ich gleich dazu sagen. Es war lang nicht so schlimm wie bei den Spielen zuvor. Klar waren natürlich die Umstände etwas anders. Der VfB führte und spielte auch eine gute erste Halbzeit. Das hat mit Sicherheit dann dazu beigetragen, dass nicht allzu viele Leute auf die Idee gekommen sind, dann bei einem Rückpass zu pfeifen. Aber es gibt halt wirklich die 10, 20, 30 Leute, die erwarten, dass du Dresden zu Hause, die auch nicht gut gespielt haben, mit 5, 6, 7, 0 aus dem Stadion schießt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil das Spiel an und für sich, bis auf wenige Ausnahmen, gerade nach dem 2 zu 1 der Dresdner, war eigentlich eine souverän geführte Partie. Also für mich gab es da nie irgendwie einen Grund zu pfeifen. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass das bislang das souveränste Heimspiel war in der Saison. Oder würdest du sagen, Hannover war noch etwas stärker? Weil sonst würde mir jetzt keine andere Partie einfallen, die ich souveräner fand. Nee, es war schon ziemlich souverän. Und dann, was mich halt jetzt dann gegen Dresden wieder so ein bisschen geschockt hat, dass halt diese eine Situation, also dann der Gegentreffer reicht, um das Spiel eigentlich wieder komplett kippen zu lassen. Und ich fand, das haben wir gegen Hannover so nicht erlebt. Das war dann ja auch das Eigentor von Awuja damals. Und danach ist das Spiel nicht gekippt, sondern danach entstand so eine jetzt erst recht Mentalität. Und das scheint der VfB jetzt aber irgendwie immer noch in sich zu tragen, dass ein kleines, kein, aber ein Misserfolg, eine Szene reicht, um das ganze Spiel kippen zu lassen. Und wenn man ehrlich ist, als dann der Anschlusstreffer fiel, da war Dresden halt kurzzeitig mal wirklich sehr, sehr nah dran am Ausgleich. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Und das fand ich gegen Hannover noch so ein Stück selbstbewusster gespielt. Da hatte man den Eindruck, ja, das kann denen nichts anhaben. Und diese breite Brust und dieses Selbstbewusstsein, das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Das hat man in den letzten Spielen noch immer gesehen, dass eine Aktion des Gegners, ein kleiner Erfolg des Gegners reichen kann. Oder auch, ne, so ein roter Bartstuhl oder irgendwie sowas, dass das Spiel zu Ungunsten des VfB kippt, anstatt dass man sagt, ja, okay, Rückschlag, aber das ist gar kein Problem. Und da war halt so eine Phase von, wie lang waren sie, 20 Minuten oder so, die dann doch relativ unsouverän waren. Und die habe ich in Hannover, gegen Hannover so nicht gesehen. Wobei mich das gar nicht so sehr wundert nach den letzten Partien. Ja, so drei Niederlagen in Folge. Klar, der DFB-Pokal-Erfolg hat mit Sicherheit auch noch mal dazu beigetragen, dass man etwas selbstbewusster in das Spiel ging. Aber ist ja logisch. Du kriegst dann das Gegentor mehr oder weniger aus dem Nichts. Und dann beginnt es halt einfach wieder im Kopf. Dafür ist die Mannschaft vielleicht auch noch zu unerfahren. Ja, und noch nicht stabil genug. Also das hat man ja in den Spielen zuvor sehr gut bemerkt, wie schnell das kippen kann. Eigentlich gute Leistungen zeigen und sich nicht belohnen. Und dann kriegst du halt einfach das Gegentor. Und dann macht das was mit dir. Nichtsdestotrotz wirkte die Mannschaft schon stabilisiert im Vergleich zu den Spielen gegen Wien-Wiesbaden und vor allem natürlich im Vergleich zum ersten Hamburg-Spiel. Also das merkte man schon, dass dieses neue Tannenbaum-System, obwohl ich den Ausdruck nicht so sehr mag. Ich finde ja, das Angelotti-System, das klingt besser. Weil ich glaube, Carlo Angelotti war einer, der dieses System mit großem Erfolg spielen ließ. Vor allem in Mailand muss das gewesen sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Aber ja, Angelotti war halt bekannt dafür, dieses Tannenbaum-System so zu spielen. Und du merkst halt einfach, dass ganz viele Spieler von diesem System profitieren. Allen voran für mich Atakan Karazor, der einfach deutlich stabiler wirkt mit den beiden Sechsern an seiner Seite, mit Castro, äh Quatsch, mit Aska Siba und Mangala. Das merkst du einfach, das tut ihm gut. Und dazu hast du natürlich dann noch die zwei offensivstarken Mittelfeldspieler mit Förster und Klement, die nach vorne Gas geben können und dann trotzdem Unterstützung bekommen von Santi, von Mangala. Also das wirkt alles stabiler, kompakter. Man hat das Gefühl, dass das eigentlich das System ist, das uns jetzt gegen solche Mannschaften wie eben Dresden und dann vielleicht auch jetzt am kommenden Wochenende gegen Osnabrück ganz gut zu Gesicht steht. Wobei natürlich jedes Spiel anders ist und man immer wieder gucken muss, wer wo seine Stärken hat. Ich glaube, gegen Osnabrück wird es besonders schwer, Tore zu erzielen. Die haben eine sehr, sehr gute Abwehr, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden gewesen mit dem, was ich da gesehen habe. Wir müssen trotzdem ein paar Dinge ansprechen, finde ich. Wir wollen das ganze Spiel jetzt nicht so detailliert aufarbeiten, weil wir eben durch deine WLAN-Probleme, lieber Sebastian, jetzt ein paar Spiele da aufnehmen müssen. Und für mich so ein bisschen natürlich jetzt der Fokus schon in Richtung Präsidentschaftskandidatenbekanntgabe geht und natürlich dann auch auf das Spiel gegen Osnabrück sich der Fokus immer weiter lenkt. Deswegen nicht allzu viel, aber ein paar Dinge wollen wir natürlich ansprechen. Erstmal das frühe Tor, der frühe Erfolg, den wir uns immer wieder gewünscht haben. Gegen Hamburg war es schon so weit, dass wir gleich früh einen Elfmeter bekommen haben und das Tor erzielen konnten. Und jetzt hier gegen Dresden war es halt auch so, dass wir nach drei Minuten in Führung gegangen sind durch einen Eckball, den, glaube ich, Clement geschlagen hat, genau, auf Kempf. Und dann gibt es halt diese merkwürdige Abwehraktion von Hammerleinen, dem dann das Tor zugeschrieben wird, Eigentor. Aber ich war der Meinung, dass man da gleich in den ersten zehn Minuten, nicht nur wegen dem Tor, sondern auch allgemein vom Auftreten der Mannschaft her, gemerkt hat, dass man heute dem Heimpublikum was bieten möchte und einfach merkt, die Mannschaft möchte hier was wieder gut machen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich war, um das abzurinden, sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit und habe mich natürlich auch sehr gefreut. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Moment in der ersten Halbzeit, dass Santiago Ascaciba endlich mal für den VfB treffen konnte. In der 38. Minute war es soweit, Sebastian. Nach 68 VfB-Spielen hat Santiago Ascaciba endlich sein erstes Tor erzielt und es war ein geniales Tor, wenn du mich fragst. Stenzel, der eigentlich Förster hätte anspielen können, aber Mangala dann gut schickt auf den Flügel draußen. Das sah einfach hervorragend aus, fand ich. Dann gibt es halt, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das war, dann legt, glaube ich, Mangala den Bein nochmal auf Förster. Wie werden die Vordergegeben? Weißt du das gerade auswendig? Ich glaube Mangala, oder? Warte, ich habe natürlich den Kicker hier wieder liegen und ich sage dir, das Tor schoss, natürlich Ascaciba, nach Vorlage von Mangala. Genau, also der hat den Ball reingebracht. Dann habe ich es gerade durcheinander gebracht. Förster auf Mangala und dann rein, ja. Genau, und ja, es war halt einfach ein grandioses Tor und natürlich auch, wie Ascaciba das Tor macht, im Rutschen oder von mir aus auch im Grätschen, es war halt einfach ein Tor, wie es nur Santiago Ascaciba erzielen kann. Aber jetzt will ich natürlich von dir wissen, was war da los auf der A7 oder wo auch immer du standst, als Santiago Ascaciba sein erstes Tor erzielt hat. Ich habe das Tor tatsächlich noch gesehen und aber sofort danach irgendwie dann Verbindungsabbruch gehabt, weil ich dachte, ah, endlich hat er sein Tor geschossen. wunderbar und ich glaube, nachdem er ja am Anfang der Saison schon sehr häufig in aussichtsreicher Abschlussposition aufgetaucht ist und die Dinge alle irgendwie nicht im Netz unterbringen konnte, war klar, also wenn er ein Tor schießt, dann mit einer Grätsche, weil ich glaube, wenn er halt stehen bleibt dabei, dann trifft er das Tor nicht und natürlich hat er dann seinen ersten Treffer für den VfB reingegrätschen. Ich habe irgendwo gelesen, es war vielleicht sogar sein erstes Profitor überhaupt, aber man muss dazu auch erwähnen, finde ich, also vor dem 1 zu 0 hatte er auch schon einen wunderbaren Pass auf Clement gespielt. Eigentlich hätte er sich da schon belohnen können. Du hast es angesprochen, also der VfB kam wirklich mit viel Druck aus der Kabine und wollten von Anfang an das machen, was wir eigentlich immer schon erwartet haben. Die sollen rausgehen und gleich den Gegner unter Druck setzen. Das haben sie gemacht und haben sich dann ja auch gleich richtig Chancen erarbeitet und diesen Pass fand ich auch schon relativ gut. Also er mag, der Santi mag Schwächen haben im Passspiel und auch im Aufbauspiel, aber er ist trotzdem in der Lage auch einen relativ schlauen Pass zu spielen wie den auf Clement, den er meiner Meinung nach oder aus dem Clement auch meiner Meinung nach viel mehr machen könnte als das, was dann rausgesprungen ist. Das war schon ziemlich stark und er war offensiv ja eh on fire. Also in 38 Minuten das Tor, dann noch ein zweites Tor geschossen, das dann zu Recht aufgrund von Abseits abgepfiffen wurde, aber ich glaube, er stand gar nicht im Abseits, sondern Förster war es glaube ich vorher. Das zweite Tor? Ja, da war es so, genau, dass Förster im Abseits stand, aber trotzdem war es hervorragend rausgespielt. Also auch da war es Askar Sieber derjenige, der erst mal Clement anspielt, der dann schnell auf Förster weiter, der stand dann eben im Abseits, aber an sich war der Spielzug trotzdem auch einfach super und wurde zu Ende gespielt und man hat das Tor erzielt, wie gesagt, auch wenn es dann zu Recht nicht gezählt hat, war es ein toller Spielzug. Genau, und auch in der Situation geht ja dann Askar Sieber mal genau mit der Konsequenz dann in den Ball, der da im Strafraum frei rumliegt, die andere Spieler dann einfach vermissen lassen. Da wird er nochmal quer gespielt und nochmal irgendwie einen Schleif hin dran gemacht und er geht da halt mit seiner eigenen Kompromisslosigkeit hin und bringt das Ding irgendwie ins Tor und davon können wir vorne, finde ich, auch mehr gebrauchen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Askar Sieber eingehen, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, nicht nur aufgrund seines Tores, sondern auch aufgrund der anderen Leistungsdaten. 86 Prozent Passquote, ließ sich schon mal stark, aber noch beeindruckender sind die 100 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Also auch das ist richtig stark von Santi, natürlich wieder über 12 Kilometer abgespult und dann komme ich zu einem Punkt, den ich sehr interessant finde, weil ich kann mich erinnern, dass, ja, als es diese Streitereien, möchte ich mal sagen, mit Tim Walter gab und die Abwanderungsgedanken von San Diego Askar Sieber, ja, ein Argument der Askar Sieber Seite war, dass er, ja, auf der 6 zu Hause ist und da seine besten Spiele zeigen kann und er nicht so richtig als Achter spielen möchte und dann meinte Walter ja, ja gut, Junge, du musst dich halt auch weiterentwickeln und wenn du bereit bist, diesen Weg mitzugehen, werde ich dich besser machen und ich finde, das erkennt man jetzt schon so langsam. Also Santiago Askar Sieber wird offensiv stärker, Passspiel wird besser, ist immer noch nicht herausragend, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr so, dass man jedes Mal Angst haben muss, wenn er den Ball am Fuß führt, so wie es von mir aus jetzt in seiner ersten Bundesliga-Saison war, da war es ja wirklich nur das Kampfschwein und das meine ich wirklich nur positiv, sondern er wird offensiv gefährlicher, er, das attestierte ihm Tim Walter, macht im Training die Buden regelmäßig, trifft jetzt plötzlich auch zum ersten Mal im Spiel. Also ich merke hier schon eine Entwicklung von Santiago Askar Sieber und ja, ich würde das natürlich auch dem Trainer zuschreiben wollen, oder? Ja, also er hat es ja auf jeden Fall geschafft, die Situation auch zu befrieden, also wenn man überlegt, wie rund es da ging und irgendwie, er war echt suspendiert und es hieß, er will da nicht spielen und man scheint sich jetzt da geeinigt zu haben und ich finde, wenn man gesehen hat, wie Askar Sieber nach seinem Treffer gejubelt hat und wie glücklich er war, dann bin ich der Meinung, dass da ja intern wirklich alles stimmt und dass er sich jetzt auch gerne auf der Position spielt, aber vielleicht ist ja auch wieder so ein Ding, dass das System, was Walter jetzt spielt oder die Aufstellung der Ancelotti-Tannenbaum natürlich auch ihm dann ein bisschen mehr entgegenkommt, weil er zwar schon auf dem Flügel spielt, aber jetzt halt so mit drei Sechsern nebeneinander auch dann seine defensiven Fähigkeiten besser einbringen kann als vorher. Also ich sehe da auch viel Potenzial in dem System, was wir jetzt gesehen haben gegen Dresden. Ja, da würde ich zustimmen. Ich glaube, das kommt Askar Sieber entgegen, auch Mangala, der ein sehr solides Spiel gemacht hat, auch schon dieses 2 zu 1 im DFB-Pokal gegen Hamburg war deutlich besser als das Spiel zuvor. Das 2 zu 6 am Samstag war das Spiel, glaube ich, oder? Ja, am Samstagspiel. Ja, also das sah auch schon viel besser aus. Mangala dann auch jemand, der immer wieder durch Dribblings auf sich aufmerksam machen konnte. Drei gewonnene Dribblings ist auch nicht schlecht für so einen Sechs, da möchte ich mal sagen. Und Mangala wird auch immer mehr zu dem Spieler, den wir eigentlich letztes Jahr in Hamburg gesehen haben und den wir bei uns vermisst haben. Ja, also wir wussten, dass er spielstark ist und dass der, ja, gute Pässe spielen kann, das Spiel antreiben kann und ja, einfach eine wichtige Komponente im zentralen Mittelfeld werden könnte. Aber er hat das ja in den ersten Spielen auch nicht so richtig abrufen können auf verschiedene Gründe. Er war verletzt, er durfte auch nicht da spielen, wo er eigentlich gerne spielen will, muss sich vielleicht auch ans System gewöhnen. Und jetzt hat man das Gefühl, das passt jetzt eigentlich mit Mangala, Karasor und Askasiba, ja, dieser Sechserriegel, so möchte ich es mal nennen und Mangala und Askasiba schalten sich mit nach vorne ein. Dazu Karasor, der zwar auch wieder ein paar Fehler drinne hatte, ja, das hat mich auch ein bisschen gestört, dass er oft dann doch nochmal so einen Abspielfehler macht, der dann, ja, den Gegner die Möglichkeit gibt zu kontern. Aber im Großen und Ganzen sah das für mich schon sehr, sehr solide aus, was die drei Jungs da gespielt haben. Also da würde ich jetzt nicht allzu viel verändern wollen. Eine Frage an dich, wie war es schon mit der Leistung von Philipp Förster und Philipp Klement zufrieden? Ich habe es mir heute nochmal so stellenweise angeguckt und mit so einem Auge auf Philipp Förster und ich glaube, er hat sein schlechtestes Spiel gemacht, seit er beim VfB ist und das sei ihm auch zugestanden, weil der kommt von Sandhausen und ist beim VfB und ist sofort Stammspieler und spielt richtig, richtig gut. Aber was ich mir jetzt nochmal so angeguckt habe von ihm, das war ja nicht wirklich gut. Also einmal waren es dann diese, ich meine, wie viele Großchancen hat er liegen lassen? Vier, fünf oder so? Ich müsste schon mal nachgucken. Es ist absurd, also ich glaube, er wurde allein zweimal durch irgendwelche langen Pässe oder durch einen Freistoß irgendwie geschickt und war mehr oder weniger völlig frei vom Torwart und kann dann den Ball nicht annehmen oder so und auch in der Situation, als Asghar Siba das Abseits-Tor schießt, hat er eigentlich Förster die Chance und bringt ihn dann nicht rüber und stießt auch nicht richtig ab. Aber das war, seine Abschlussqualität war jetzt gegen Dresden wirklich desolat und ich habe auch so ein paar andere Sachen gesehen, wo er dann nach dem Ball aus der eigenen Defensive zugepasst bekommt, geht nicht den Fritt entgegen und dann kommt auf einmal ein Dresden und der Ball ist weg. Also er hat einfach keinen guten Tag gehabt, aber wie gesagt, ich stehe ihm das auch voll und ganz zu, weil warum soll er nicht mal ein schlechtes Spiel machen? Also das, aber ich fand ihn nicht so überzeugend wie sonst und bei Klement, ja, das ist halt irgendwie, man wartet ja immer noch drauf, dass er endlich mal das zeigt, was er in Paderborn gezeigt hat, aber jetzt außer des Latten-Treffers war jetzt auch jetzt nicht so viel dabei und ja, diese angesprochene Situation in der zweiten Minute nach diesem wunderbaren, war es schon vertikal, was ich glaube, ja, von Asghar Siba, da muss halt mehr draus rausspringen, als er sich den Ball dann irgendwie vom Abwehrspieler noch ablaufen lässt halt, also da muss er zumindest irgendwie noch einen Elfmeter rausholen oder er muss halt einfach das Tor machen, diese Cleverness da vorm Tor, die weiß ich nicht, die hat er in Paderborn gelassen. Ja, das geht beiden Spielern so ein bisschen ab, bei Förster habe ich mich nämlich direkt nach dem Spiel mal hingesetzt und die DAZN-Datenbank durchflügt, um möglichst viel Bildmaterial zu finden von Philipp Förster zu Sandhäuserzeiten und da siehst du, dass das eigentlich etwas ist, das Philipp Förster auch schon in Sandhausen begleitet hat, dass er große Chancen nicht verwerten kann, also das scheint einfach kein Torjäger zu sein, das ist jemand, der immer da steht, wo es gefährlich ist und auch mal trifft, aber ja, die Abschlussschwäche ist jetzt nicht neu beim VfB jetzt dazugekommen, also das scheint schon früher so gewesen zu sein, nichtsdestotrotz sind seine Pässe gut und von daher ist es für mich schon auch ein Stammspieler, der sich vielleicht im Zweikampf noch ein bisschen steigern sollte, jetzt auch am Wochenende nur 25% gewonnene Zweikämpfe, ist jetzt auf seiner Position nicht ganz so extrem wie, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Karasor noch 25% seiner Zweikämpfe gewinnt, aber auch da ist einfach noch Luft nach oben und bei Clement muss ich sagen, da bin ich so zwiegespalten, weil er für mich so ein bisschen Didavi gerade ersetzen muss, also sprich, ich schaue eher drauf, was bereitet der so vor und das ist dann schon gut, also fünf Torschussvorlagen jetzt in dem Spiel, selber drei Torschüsse, klar, er muss irgendwann auch mal eine Bude machen, aber wir haben ja so ein bisschen uns gefragt, nachdem sich Didavi verletzt hat, wer übernimmt diese Rolle von Didavi und ich habe das Gefühl, dass Clement wirklich jetzt so nach und nach in diese Rolle schlüpft, also im DFB-Pokal gegen Hamburg war das schon etwas besser und jetzt gegen Dresden, fand ich, hat er eigentlich mit eines seiner besten Spiele hier in Stuttgart abgeliefert, zwar immer noch nicht herausragend gut, so wie letzte Saison in Paderborn, du hast es angesprochen, aber ja, ich finde, es geht in die richtige Richtung und wäre ich jetzt Trainer, dann würde ich selbstverständlich nicht den VfB trainieren, aber ich würde, glaube ich, Philipp Clement nicht rausnehmen, sondern ich würde ihn jetzt einfach weiter spielen lassen und hoffen, dass irgendwann der Knoten platzt, der macht irgendwann seine Bude, du kannst gar nicht so oft daneben schießen und an die Latte und an den Pfosten, irgendwann trifft er das Ding und ich hoffe dann, dass es dann vielleicht so ähnlich läuft wie bei Silas, der nach seinem Tor in Hamburg dann gleich nochmal eins vorbereitet hat, so halb vorbereitet hat mit seinem Pfostenschuss im WfB-Pokal, jetzt diesmal gleich nach, ja, alle sagen 22 Sekunden, aber ich habe es gestoppt, es sind 21,65 und dann lege ich Wert drauf. 21,65 Sekunden von Einwechslung bis zu seinem Tor. Vielleicht läuft es bei Clement eh nicht, dass wenn er da mal trifft, dass das ganze Ding dann auch etwas leichter von der Hand geht, aber auch hier, finde ich, war zum ersten Mal spürbar, dass sich ja, zwei Spieler vielleicht so eine Offensive festgespielt haben mit Fürster und Clement, außer, es reicht kräftemäßig bei dem einen oder anderen nicht, das muss man ja auch immer so ein bisschen berücksichtigen, du hast es gesagt, Fürster, viele Partien schon bestritten für den VfB, neu hergekommen, Clement, Vorbereitungen immer wieder angeschlagen, auch während der Saison immer angeschlagen, also das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, aber ansonsten sehe ich jetzt auf der Bank keinen offensiven Mittelfeldspieler, der den beiden jetzt groß gefährlich werden könnte, oder hast du da jemanden? Nö, aber ich finde, es spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, dass man mal eine Massimo starten lässt oder auch ein Klimowitz, der irgendwie wieder nach dem Aue-Spiel, glaube ich, komplett in der Versenkung verschwunden ist, der jetzt auch nicht so einen schlechten Eindruck macht, aber das sind ja dann aus meiner Sicht auch eher Luxusprobleme, weil Clement und Förster sind jetzt ja keine Leute, keine Spieler, wo du sagst, um Gottes Willen, wie kann man die aufstellen? Nö, die spielen ja nach wie vor ordentlich, wie gesagt, Förster hat in den Partien davor nach meiner Meinung besser gespielt, aber es ist ja trotzdem noch alles okay, also man kann die definitiv wieder bringen, das spricht gar nichts gegen, weil man ja auch schon gesehen hat, dass sie es besser können, als sie jetzt gegen Dresden gespielt haben, aber man hat ja zusätzlich auf der Bank auch noch ein, zwei Leute, von denen man auch schon gesehen hat, dass sie eine gewisse Qualität mit reinbringen und ja, grundsätzlich scheint es ja wirklich so zu sein, dass Tim Walter jetzt nach zwölf Spieltagen seine Stammelf gefunden hat, finde ich, weil wenn man jetzt mal die Personalie Philips-Badstube ausklammert, dann spricht ja eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass wir die Elf oder die Zehn dann in Osnabrück wieder so auf dem Platz sehen. Tja, und wenn ich das so vergleiche mit unseren Stadthelf-Tipps, muss man sagen, das ist die Butze Eleven, weil du hast zweimal in Folge zehn Spieler richtig vorhergesagt, lieber Sebastian, gut ab davor, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte ganz kurz noch über das Gegentor sprechen, über den Elfmeter, erstmal grundsätzlich sind wir uns glaube ich einig, das ist ein Elfmeter und den kann man so pfeifen. Ja, wenn man die Bilder dann sieht, ist es ein Elfmeter, was mich halt ein bisschen stört, der Videoschiedsrichter soll eingreifen, wenn eine krasse oder eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und dann frage ich mich, wie klar kann die Fehlentscheidung sein, wenn der, wie heißt es mal sonst, der ansonsten gute Schiedsrichter Arning, hieß er, sich die Szene, wirklich jetzt vier Minuten oder so auf dem Bildschirm anguckt, also es ist ja echt close, weil er muss ja entscheiden, hat er den Ball berührt oder hat er den Ball nicht berührt und wenn er den Ball nicht berührt hat, war es vor dem Sechzehner oder war es im Sechzehner und dabei haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ob Kuni nicht vielleicht sogar im Abseits stand. Also da waren so viele verloren, ich würde sagen, es war keine klare Fehlentscheidung, dort keinen Elfmeter zu pfeifen. Wenn du natürlich das dann 50 Mal in Superzeitlupe hin und her laufen lässt, dann kann man sagen, okay, die Entscheidung war nicht richtig, aber sie war nicht klar falsch, weil man hätte es auch einfach laufen lassen können, wie er es getan hat und das fand ich dann wieder so ein bisschen blöd und dass es halt auch viel zu lange gedauert hat. Ansonsten war der Schiri gut, fand ich. Ja, und jetzt kommst du mit deinen Details. Du warst relativ nah an der Review-Area. Nee, nee, aber ich habe auf der anderen Seite, oder? Ich habe wieder die Stoppuhr ausgepackt. Es waren genau vier Minuten 15, die zwischen Foul und ausgeführten Elfmeter vergangen sind und das ist schon irre. Wenn du dir überlegst, eine Halbzeit geht halt 45 Minuten und 10% dieser 45 Minuten werden damit verbracht, um eine Szene zu überprüfen, das ist schon. Wenn man dann halt noch eine Netto-Spielzeit von, ich glaube, die liegt ja wahrscheinlich dann unter 30 Minuten oder so, dann ist das halt absurd und dann war es keine klare Fehlentscheidung, wenn er so oft hingucken muss. Aber da bin ich wieder beim nächsten Punkt. Hast du das jetzt eigentlich geschnallt? Ist es jetzt wirklich so, dass nur klare Fehlentscheidungen überprüft werden? Weil so hieß es ja mal zu Beginn, nur bei glasklaren Fehlern greift der VAR ein. Aber das ist ja schon lang nicht mehr so. Es ist ja reine Willkür. Also es gibt einmal so eine Entscheidung, da fragst du dich, das ist doch ein klarer Elfer, ich sage nur González gegen Aue. Und da greift zwar der VAR ein, aber er schickt den Schiedsrichter nicht raus, dass er sich das Ganze nochmal anschaut. Also ich glaube zwar so, dass der VAR sich das angeguckt hat, aber das wurde relativ schnell abgehandelt, ist kein Foul. Es ging relativ schnell weiter, glaube ich. So, und jetzt hast du hier so eine Szene und da gebe ich dir absolut recht. Gut, du musst hier mehrere Dinge überprüfen. Erstens, ist es Abseits oder nicht von Kone? Da können wir, glaube ich, zwischen sagen, es war kein Abseits, weil angeblich sind ja diese Linien kalibriert. Darauf müssen wir jetzt halt mal vertrauen. So, dann ist das nächste, was du überprüfen musst, war es ein Foul oder nicht? Auch das, finde ich, kann man relativ schnell erkennen, wenn man es eben in super Zeitlupe sieht. Ja, es war ein Foul. Und dann kann man noch darüber sprechen, war es jetzt im oder außerhalb des Strafraums. Also auch das, finde ich, kann man erkennen und ich frage mich da wirklich, warum das Ganze so lange dauert. Also das ist für mich unbegreiflich und ich habe da noch eine andere Story, ich habe mir am Wochenende das Manchester-Auswärts-Spiel gegen wen auch immer in der Premier League angeschaut und da gab es auch eine VAR-Entscheidung und es wird viel schneller abgehandelt. Also ich weiß nicht, warum man das in der Premier League, zumindest in dem Spiel, schneller hinbekommt als bei uns in Deutschland und es fühlte sich auch gerechter an. Es war ja auch in Aue schnell, aber es war halt ungerecht. Schnell und ungerecht, ja. Ja, also es war halt falsch, nicht nur ungerecht, sondern es war halt einfach falsch. Jeder hat erkannt, dass hier Nico Gonzalez klar gefoult wurde und der VAR versucht das relativ schnell über die Bühne zu bringen, sagt, nö, du brauchst dich mal angucken, das Ding ist durch und das Spiel geht weiter und jetzt in dem Fall guckt man halt wirklich fünf Minuten lang sich diese Szene an und dazu muss man ja noch sagen, der Herr Arnig heißt er, glaube ich, hat sich das Ganze selber noch mal zwei Minuten auf seinem Bildschirm angeschaut, im Stadion. Das muss man sich auch mal vorstellen, der Schießrichter muss sich das zwei Minuten lang anschauen, bis er zu der Entscheidung kommt, ja, das ist ein Elfmeter oder das ist eben kein Elfmeter, das dauert viel zu lang und da bin ich ganz bei dir, wenn die Regel lautet, bei einer klaren Fehlentscheidung, wenn das wirklich noch so ist, wie gesagt, es wird ja immer mal wieder geändert und dann erfährt man es im besten Fall bei Kolinas Erben und nicht vom DFB, ja, wenn es wirklich so ist, dann ist das für mich, bin ich ganz bei dir, keine Fehlentscheidung, wenn du wirklich knapp fünf Minuten brauchst, um hier kurz danach hat Dresden nochmal große Chancen gehabt, das Spiel kippt halt durch so eine, wie soll man es nennen jetzt, also, es ist ja keine Fehlentscheidung an und für sich, aber der Eingriff ist für mich ein Fehler gewesen. Ja. So. Und das ist ja mein Problem auch, ne, gegen der VfB-Spiel, den Aue, du siehst einen glasklaren Elfmeter, der wird innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden entschieden, nö, passt alles und dann hast du jetzt dann im Heimspiel gegen Dresden so eine knifflige Situation und die wird dann jetzt dann in fünf Minuten wirklich filetiert und hin und her und so und da passt halt die Verhältnismäßigkeit nicht, also entweder wir machen es immer so, wie jetzt am Sonntag oder wir machen es immer so wie in Aue, aber dass man es einmal so macht und einmal so unterspielt, ist jetzt eigentlich auch egal, dass der VfB jetzt mal der Leidtragende war, aber das, das finde ich halt echt total schwierig halt, ne, diese Verhältnismäßigkeit und dass man eigentlich gar keinen gemeinsamen Maßstab hat, also das ist ja beim Handspiel jetzt genau das Gleiche, ne, das eine, ähm, die gleiche Situation mit dem einen Spiel sofort abgepfiffen und dem anderen Spiel laufen gelassen, also das, das passt halt einfach nicht. Und dann hast du natürlich noch so Spiele wie jetzt in Hamburg im BfB-Pokal, wo du siehst, wie schön das alles ohne VAR funktionieren kann. Ähm, da merkst du halt erst mal, was uns eigentlich genommen wurde. Und ich möchte jetzt nicht wieder anfangen mit Emotionen und was weiß ich, es geht einen einfach, also kein Mensch hat mehr Bock auf diese Scheiße. Also ich kenne niemanden, der sagt, Mensch, der VAR, das ist wirklich gut, dass es den gibt, äh, es fühlt sich alles viel gerechter an und ansonsten findet man es eigentlich auch cool, weil die Schiedsrichter, äh, weiß ich nicht, dadurch entlastet werden, ganz im Gegenteil. Ich finde, die Schiedsrichter haben ungemein eingebüßt an, an Credibility, wenn man das in der Jugendsprache mal so ausdrücken darf, auf dem Platz. Und, ähm, da kann man vielleicht noch einen Punkt anführen, weil du hast es ja genau richtig gesagt. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, weil er für sich entschieden hat, es war kein Foul. Und ich glaube, so kannst du es heutzutage gar nicht mehr sehen, sondern der lässt weiterlaufen, weil er weiß, wenn es wirklich ein Foul war, meldet sich der VAR. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die schon völlig falsch ist. Ja, eigentlich müsste es halt so sein, okay, ich pfeife ganz normal weiter, so wie früher auch, und sollte mir ein Fehler unterlaufen, dann greift halt der VAR ein. Aber jetzt wird sich ja schon mehr oder weniger darauf verlassen, dass der VAR sagt, ja, es war ein Foul oder was weiß ich, es war Abseits oder so. Und das geht mir massiv auf den Sack. Ja, das ist auch so eine Sache, wenn es Abseits gibt, dass da immer ewig lang gewartet wird, bis die Fahne gehoben wird. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, in der zweiten Halbzeit, da ist Tim weiter auch mal völlig aus der Haut gefahren, weil eine klare Abseitsstellung vorlag, aber mal wieder gewartet wurde, bis der Angriff zu Ende gespielt wurde. Und dann erst die Fahne gehoben wird. Und ja, das ist halt unnötig aus meiner Sicht. Das wird halt einfach verkompliziert, das ganze Spiel. Und ich habe einfach nicht mehr das Gefühl, dass hier irgendwas gerechter wird. Ganz im Gegenteil. Es schadet dem Sport. Das ist jedenfalls meine Meinung zu diesem VAR. Geht mir auf den Sack. Mach das weg. Gut. Ja, wie soll ich es anders ausdrücken? Nee, ich bin ja voll und ganz bei dir. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr loswerden. Gut, du hast schon zwei Chancen, oder du hast es schon angesprochen, die Dresdner hatten nochmal die Möglichkeit zurückzukommen durch Stor, der große Chancen hatte. Einmal hat Artik und Kone das hervorragend mit einem Doppelpass rausgespielt. Die erste große Chance von Stor, die dann, nee, der hat dann über das Tor geschossen. So war es. Die zweite wurde genial gehalten von Kobel, ja. Was ging da voraus? Castro spielt wirklich einen ganz fürchterlichen Fehlpass. Scheint irgendwie an dieser Linksverteidiger-Position zu liegen, dass man da ab und zu mal so geistige Aussätze hat. Ja, dann einfach unglaubliche Fehlpässe spielt und spielt den Ball direkt in Kones Füße, der wirklich großartig die Übersicht behält, Stor anspielt und der muss das Ding einfach machen, steht völlig frei, elf Meter vorm Tor und wie Kobel das Ding hält, war wirklich sensationell. Vielleicht auch hier ein paar Worte zu Gregor Kobel, der wirklich ein brutal guter Rückhalt ist. Also ich finde, was der so rausfischt, ist richtig, richtig stark und dazu kommen die tollen Bälle, die er auch rausspielt. Ja, 83 Prozent Passquote. Für einen Torhüter ist das herausragend. Ja, also das ist einfach richtig, richtig gut, was der Junge spielt. Umso überraschter war ich, Sebastian, als ich letzte Woche den zweiten Bundesliga-Podcast gehört habe und die Jungs sich da über Gregor Kobel unterhalten haben und meinten, dass das bislang so die Enttäuschung der Saison wäre, weil er eben viele einfache Gegentore bekommen würde. Ja, jetzt bin ich mal auf deine Expertise gespannt, aber ich kann es mir schon vorstellen, nachdem ich deine Reaktion gerade gehört habe. Ne, jetzt mal abgesehen von dem, das war gegen Wien Wiesbaden, das Gegentor, wo er nicht so gut aussieht, wo Sosa den Ball verliert und Kugel dann auch sagt, er war schon wieder in Gedanken halt bei der Spieleröffnung. Also ich finde, da sah er nicht gut aus, aber das ist in der kompletten Saison eigentlich das einzige Tor, an dem ich ihm irgendwie Aktien geben würde. Aber ansonsten finde ich, hält er richtig gut und das Wichtige ist, er strahlt Sicherheit aus, weil als Torwart vom VfB in der zweiten Liga, da bist du halt dann auch mal bei weiten Phasen des Spiels beschäftigungslos und dann ist es halt wichtig, jetzt dann gerade wie dann in der 78. Minute, wenn dann halt mal so ein Ding kommt und der Stürmer taucht vor dir auf, dass er das dann hält und das macht er und er ist ja auch jetzt bei irgendwelchen Flanken und Eckbällen halt super sicher. Da musst du ja nicht Angst haben, wie irgendwie zu Ulrich-Zeiten, wenn halt irgendwie eine Flanke in den Strafraum segelt, dass er die nicht hat, sondern er hat die halt einfach. Und für mich ist Gregor Kobel eher eine der positiven Überraschungen der Saison. Was dabei auch interessant war, waren ja auf Twitter die Kommentare der Hamburg-Fans zu unseren Torhütern, weil die haben ja beide erleben dürfen, einmal im Pokal, einmal im Ligaspiel und da war auch die Meinung, dass eigentlich der Preetlo der bessere Torhüter sei und sie gar nicht verstehen, Anführungsstrichen gar nicht verstehen, also für sie war halt Preetlo die Nummer eins und Kobel war eher der etwas ja unsicherer Torhüter, der dann vielleicht auch beim Aufbauspiel nicht so gut aussah. Gut, das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass der halt sechs Tore kassiert hat und der andere eben nur eins und dann natürlich auch noch einen Elfmeter. Also ja, ich sehe es eigentlich auch so, dass Kobel hier bislang eine gute Saison spielt beim VfB Stuttgart, doch würde ich so sagen, aber auch nicht mehr, also es ist nicht herausragend, aber in diesen 1-zu-1-Situationen, da ist er aus meiner Sicht herausragend. Er kann sich auch noch steigern, er kann noch besser werden, aber diese 1-zu-1-Situation löst er wirklich Woche für Woche und es gibt ja beim VfB einige von diesen 1-zu-1-Situationen, dann löst er hervorragend. Also das, ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, wie die Jungs vom 2. Bundesliga-Podcast darauf kommen, dass Gregor Kobel bislang so eine Enttäuschung ist in der 2. Liga. Ich finde, der macht halt auch gerade diesen Spielaufbau im Waltersystem gut, weil er kriegt ja echt oft den Ball zurück von den Innenverteidigern oder und hat dann auch ein bisschen Druck, weil dann ihm der Stürmer irgendwie auf den Socken steht und das spielt er halt unglaublich cool und clever dann und hat da die Übersicht, die finde ich zum Beispiel Bredlo da noch ein bisschen fehlt, weil der ist dann öfters mal im Bedrängnis und schlägt dann doch den langen Ball und das hat Kobel vermutlich auch, weil man das einfach dann üben muss im Spiel, mittlerweile komplett verinnerlicht und ich habe da also keine Schweißperlen auf der Stirn, wenn er halt irgendwie im Fünfer angespielt wird und hat irgendwie zwei gegnerische Stürmer im 16er, sondern er findet halt immer dann seinen Mitspieler und spielt die Bälle präzise, also ich bin da also von ihm ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Ja, geht mir genauso. Gucken wir noch ganz kurz auf die Abwehrspieler, Kempf ist natürlich außen vor, der ist gesetzt und macht seine Sache auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut. In der Ferne, Philips hat jetzt wieder mal eine Chance bekommen, hat, glaube ich, auch ganz gut gespielt, also der Elfmeter, okay, ja. Ja, aber was soll er da machen, Also er kann laufen lassen und das ist halt wirklich, also dieser Bruchteil von einer Sekunde, weil ich dachte auch erst, er wäre noch am Ball gewesen, aber dass diese eine Bewegung, wo sich Konet den Ball nochmal einmal vorlegt, bevor Philips in der gewischt halten, ne. Und das ist halt genau dieser Punkt und wenn er das nicht macht, dann ist vielleicht Philips sogar noch dran. Was ich noch gar nicht so genau gesehen habe, wie kam es denn da zum Ballverlust vorher eigentlich? Es war schon Kempf, oder? Jetzt muss ich nochmal zurückspulen gedanklich. Ne, es war so, dass Stenzel, ja, Stenzel, ähm, ja, pass auf, jetzt muss ich mich überlegen. Jetzt nicht, nicht, nicht. Bevor wir jetzt durcheinander kommen und Stenzel hier die Schuld geben, aber es war, glaube ich so, dass Stenzel einen Pass auf Jeremiajew nicht abfangen konnte. Also der, der hat ihn so ein bisschen verstolpert, den Ball. Also er konnte, es war jetzt nicht so, dass er den Ball schon hatte, sondern irgendein Dresden hat versucht, Jeremiajew den Stürmer von Dresden anzuspielen und Stenzel kommt zwar an den Ball, genau so war es, und, und, und kann den aber nicht kontrollieren. Sprich, der flutscht so durch, möchte ich mal sagen. Und dann schickt Jeremiajew Konet mit einem tollen Vertikalpass, an der Stelle muss man das erwähnen. Und ich glaube, Philipp spekuliert so ein Stück weit auf Abseits in dem Moment. Und wir wissen ja jetzt, es war sehr, sehr knapp, hätte auch funktionieren können, hat es aber nicht und dann fehlt halt der Meter. Und ich meine, klar, Konet ist wahnsinnig schnell und der macht das dann auch am Ende gut. Ja, ist halt doof gelaufen, aber so wirklich einen Fehler würde ich Stenzel da auch nicht unterstellen wollen. War schwer, den Ball zu kontrollieren, aber war nicht unmöglich, so möchte ich es mal sagen. Überhaupt war Stenzel für mich. Dass du halt 2-0 bist und kommst dann nicht aus der Kabine und wirst nach, ja, nach sechs Minuten dann ja quasi ausgekonnt hat, weil da fehlte ja hinten irgendwie doch so ein bisschen die Absicherung und das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich fand jetzt auch Stenzel in dem Spiel nicht so stark wie zuletzt. Er hat auch nur 33 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, die Passquote war immer noch gut, er hat aber weniger Ballkontakte. Ich glaube, das liegt halt an der Systemumstellung. Also da merkt man schon, dass Stenzel jetzt auch einen anderen Part spielt und auch das kommt zum Beispiel Karasor, glaube ich, zugute, dass er nicht mehr so viele Löcher stopfen muss und Stenzel nicht mehr so sehr den Spielmacher gibt. Das hat sich einfach alles etwas ein bisschen verändert und ich würde sagen, eher zum Guten. Also ja, Stenzel ist nicht mehr so das prägende Element im Spiel, zumindest jetzt nicht im Spiel gegen Dresden. Kann er natürlich dann am kommenden Wochenende in Osnabrück wieder werden. Aber ja, gut, ich möchte ihn jetzt hier nicht kritisieren. Bislang ist Pascal Stenzel für mich fast schon der Spieler eigentlich der Saison beim VfB Stuttgart. Also ja, doch, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Castro macht seinen Job als Linksverteidiger auch gut, besser als in Suha zuletzt, muss man sagen. Auch hier die Zweikampfquote nicht ganz so überzeugend. 33 Prozent gewonnene Zweikämpfe, die Passquote im Vergleich zu Stenzel auch etwas schwächer. Aber gut, an und für sich ist das bislang der beste Linksverteidiger in der Saison beim VfB Stuttgart. Muss man leider so sagen, oder? Genau, ja. Und es ist der beste Castro in der Saison beim VfB Stuttgart. Wenn nicht überhaupt beim VfB Castro. Das ist irgendwie total tragisch, wenn er sagt irgendwie, ja, ich sehe mich da nicht unten. Aber ja, gut, wenn er es dann trotzdem so gut spielt, dann ist es halt so, ne? Ja, ich meine, das hat er ja auch unter, ich glaube, das war unter Weinzierl, als er als Rechtsverteidiger ran sollte und auch relativ klar zum Ausdruck gebracht hat, die Zeiten sind vorbei, Hohenboy, ich möchte nicht mehr als Rechtsverteidiger spielen. Dann sagt er sich weiter, ja, dann spielst du halt als Linksverteidiger. Und da meinte er jetzt, ich glaube nicht, dass wir mich in naher Zukunft da immer noch sehen. Ich hoffe nicht, dass ich da spielen muss. Das ist ja nicht meine angestammte Position, das weiß auch der Trainer, aber er weiß, er kann auf mich zählen. Und ja, also das finde ich jetzt auch dann okay und kann man natürlich auch von so einem erfahrenen Profi oder überhaupt von einem Profi verlangen, dass er da spielt, wo er eingesetzt wird. Und ich glaube, das macht Castro. Und wenn es funktioniert, warum nicht? Ich meine, immerhin profitiert er ja auch davon. Er darf spielen, er macht das gut, hat Erfolgserlebnisse und ja, besser als auf der Bank sitzen, ist es allemal. Wollte sagen, weil es scheint ja gerade für ihn nicht die Alternative zu sein, entweder Linksverteidiger oder auf der Sechs, sondern das scheint ja eher zu sein, Linksverteidiger oder auf der Bank, weil ja, Mangala, Karasor, Aska Siva, ich glaube, die haben sich da jetzt echt schon so ein bisschen festgespielt. Ja. Und es ist ein bisschen Bitterhalt für Emiliano Insur, weil der scheint ja jetzt wirklich so ein bisschen aus und vor zu sein, ist auch nicht zu Unrecht nach seinen bisher gezeigten Leistungen. Jetzt muss man mal abfahren. Ich glaube, ein Sosa ist auch schon wieder so leicht im Training zumindest. Also ich denke, den sehen wir ja auf jeden Fall dann demnächst mal wieder. Und dann haben wir zumindest mal hinten links einen Konkurrenzkampf, was ja auch ganz schön ist. Also Sosa läuft seit dieser Woche wieder. Muss man mal gucken, wie er das verkraftet. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass die kroatische U21-Nationalmannschaft ihn nominiert hat für das nächste Länderspiel. Also da muss man natürlich... Das ist übernächste Woche dann schon, oder? Ja, genau. Da muss man natürlich hoffen, dass der Verband hier davon absieht, den Spieler einzuziehen. Also ich glaube, es würde Sosa jetzt guttun, einfach in Ruhe sich vielleicht aufs Derby dann vorzubereiten und dann wieder von mir aus auf der Bank zum ersten Mal zu sitzen. Weil ich sehe jetzt momentan halt überhaupt keinen Grund, Castro als Linksverteidiger rauszunehmen. Selbst wenn Sosa jetzt wieder fit ist, bin ich der Meinung, macht es Castro so gut, dass man Sosa vielleicht erstmal auf der Bank lassen sollte. Und bei Insua, ich habe den ja auch letzte Woche wirklich harsch kritisiert, aus meiner Sicht auch zu Recht. Aber man muss vielleicht hier bedenken, dass er wirklich eine sehr, sehr kurze Vorbereitung nur hatte, lange verletzt war und ja, bei einem älteren Spieler kann das natürlich viel ausmachen. Wir kennen das von Holger Bartschuber, der ja auch immer sagt, wenn ich nicht 100 Prozent fit bin und die Vorbereitung gut gelaufen ist, dann kann ich nicht mithalten. Also dann fehlt mir halt einfach was. Und vielleicht ist es halt einfach bei Insua jetzt aktuell auch so, dass dann die fünf Prozent fehlen und natürlich gegen Hamburg, gegen Jatta sind fünf Prozent dann einfach noch mal mehr als vielleicht gegen den anderen Spieler, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Ja, weil ich glaube, dass genau das Gonzalo Castro jetzt ja auch nicht irgendwie um Lichtjahre schneller ist, als in dem Jahr und in den Suha, aber er hat es dann irgendwie dann doch besser hinbekommen, was dann auch an der gesamten Mannschaftsleistung lag. Ein Tor wollen wir natürlich nicht unterschlagen und zwar das von Silas Vamagituka, der eingewechselt wurde, ich glaube in der 83. Minute und 21,65 Sekunden später dann einnetzt mit einem sehenswerten Tor. Und für ihn freue ich mich natürlich besonders, weil das ist schon so meine neue Hoffnung, fast schon meine neue Liebe. Ich war ja damals auch sehr verliebt in Ozan Kabak, als er hier herkam und dein ganzes Auftreten war halt geil. Also da kommt so ein junger Kerl hierher und muss ein erstes Profispiel in München machen gegen Lewandowski und macht das auch noch richtig gut und leider Gottes ist er natürlich jetzt hier dem Ruf des Reschke gefolgt. Und ich habe schon Bock gehabt, wieder so ein junges Talent irgendwie hier beim VfB zu sehen. Und von den verpflichteten Spielern waren zwar viele dabei, die durchaus Potenzial haben, Kalajdzic natürlich, aber so eine richtige Granate, auf die wir setzen können, war noch nicht dabei. Und dann wurde Silas verpflichtet und alle haben gesagt, das ist jemand, da müsst ihr die Augen aufmachen, der könnte es wirklich packen. Sven Mislintat schwärmte in den höchsten Tönen von ihm und dann sah man auch, dass er technisch sehr beschlagen ist, aber irgendwie die Bude nicht getroffen hat. Und in den letzten beiden Spielen, in den letzten drei Spielen, muss man inzwischen sagen, hat er das richtig gut gemacht, also zumindest beim Torabschluss. Und ich hoffe, das bleibt so. Für mich ist Silas auch als Einwechselspieler aktuell genau der richtige Mann. Bring den, wenn der Gegner müde ist und dann lässt du den da vorne aufdrehen. Ja klar, der macht ja da seinen Signature-Move, den Ball halt mit der Hacke hinter dem Standbein hinterher zu ihm im Tempo, so schnell kann er nicht mal laufen, das ist ja sensationell. Ich fand jetzt gegen Dresden, er darf ja im Leben nicht den Abschluss suchen, sondern muss ja immer eigentlich abspielen, weil da ist halt der Abwehrspieler im Weg und der Torwart ist im Weg und dass der Ball dann irgendwie im Tor landet, ist ja ein Wunder, aber das ist dann vielleicht auch genau das Glück, was ihm bisher verwehrt geblieben ist, dass er jetzt dann gegen Dresden hat. Aber eigentlich muss er ja nochmal quer legen irgendwie, das war schon ziemlich eigensinnig, aber umso schöner, dass der Ball dann drin war, was er sich auch echt verdient. Letzter Punkt zum Spiel, Endo hat endlich sein Debüt feiern dürfen beim VfB Stuttgart, Wattaro Endo, von dem ja viele gar nicht wussten, ob der jetzt als Spieler verpflichtet wurde oder als Zeugwart, also er war zwar immer irgendwie mit dabei am Spieltag, aber wurde halt nie eingewechselt und jetzt hat er ein paar Minuten bekommen und hätte sich beinahe mit einer Blitzvorlage eingeführt, ähnlich wie Silas das geschafft hat, nach wenigen Sekunden zu netzen. Man hat Wattaro Endo nach 34,42 Sekunden, auch hier habe ich gestoppt, mit einem Kopfball, ja Al-Ghadoui wirklich einen guten Ball aufgelegt und der muss das Ding eigentlich machen, haut dann leider Gottes die Kugel an den Pfosten. Das führte übrigens danach, nach dem Spiel dazu, dass Tim Walter sich direkt Al-Ghadoui zur Brust genommen hat. Ich habe das gespürt, dass Tim Walter sauer war wegen dieser Aktion. Er hat nämlich davor schon in Richtung Al-Ghadoui so ein bisschen geschimpft, als er aufs Spielfeld ging und sich mit den anderen Spielern und auch mit dem Trainer der Dresdner abgeklatscht hat und dann dachte ich zuerst, der macht nur Spaß, aber die haben sich auch relativ schnell wieder versöhnt, das war jetzt kein großes Drama oder so, aber er hat ihm da schon nochmal ganz kurz den Marsch geblasen für diese Aktion und ja, war ein bisschen schade, weil das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte gewesen, wenn der Joker Al-Ghadoui wieder geknipst hätte und auf der anderen Seite dann natürlich Wattaru Endo mit seinem Blitzeinsatz hier dann direkt auch noch ein Tor vorgelegt hätte. Ja, aber insgesamt. Genau, aber Al-Ghadoui macht halt nur die wichtigen Tore und das wäre halt ein unwichtiges gewesen, deswegen hat er es nicht gemacht. Nee, aber ich finde, ich lasse da halt dann vielleicht den anderen Spielern an die Chancen liegen lassen, dass sie irgendwie dann nicht diese Tor-Geilheit haben, die hat er auf jeden Fall, aber das war einfach dann schlampig, weil er steht fünf Meter frei vom leeren Tor und trifft es halt nicht und das darf halt einfach nicht sein, denn ich glaube dem VfB und dem ganzen Team, dem wird es halt mal guttun, so ein Spiel wie gegen Dresden einfach mal hoch zu gewinnen. Also jetzt ist es natürlich vermessen, sich über ein 3 zu 1 zu beschweren, aber es war halt einfach ein Spiel, dass du, klar, die Dresden hatten die Chance auf 2 zu 2, aber dass du als VfB natürlich auch locker 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1 gewinnen kannst und vielleicht brauchst du dieses Spiel auch mal, um dann mit einem nötigen Selbstvertrauen dann auch nach Osnabrück zu fahren und dieses Erfolgserlebnis, das nehmen sie sich halt selber, indem sie halt diese hochkarätigen Chancen wirklich fahrlässig liegen lassen und das ist so ein bisschen schade. Das sehe ich genauso wie du. Also du musst jetzt vor allem auch mal ein bisschen versuchen, was für das Torverhältnis zu tun, wenn, da sah es ja vor dem Spieltag nicht allzu gut aus, natürlich auch dem geschuldet, dass wir in Hamburg gleich mal 6 geschluckt haben, aber ja, ich sehe es genau wie du. Du musst in der ersten Halbzeit vielleicht sogar 3-0 führen, in der zweiten Halbzeit deine Chancen nutzen, Förster hatte da hochkarätige Chancen und natürlich auch wieder Klement, Al-Ghadoui, wir haben es gerade eben schon gesagt, also eigentlich musst du dieses Spiel höher gewinnen, aber unterm Strich bin ich einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, etwas Ruhe jetzt eingekehrt ist und Tim Walter weiter in Ruhe arbeiten kann und da möchte ich natürlich auch noch mal meine Aufgeregtheit der letzten Woche ein bisschen entschuldigen, da lässt man sich halt echt extrem schnell auch von anstecken, weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich den Trainer in Frage stelle, sondern ich habe mehr Angst davor, dass der Trainer in Frage gestellt wird, also sprich, ich habe Angst vor der Unruhe und wenn ich merke, wie das abgeht im Stadion, auf Twitter, auf Facebook, allgemein auch im Blätterwald, so hier bei der lokalen Presse, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass man so langsam aber sicher sich darauf einstellt, dass man weiter jetzt mal, also online wurde er schon angezählt, aber auch so im journalistischen Bereich, dass man so langsam da übergeht, ihn zu hinterfragen und eben jetzt zu schauen, ist er wirklich der richtige, macht das wirklich so viel Sinn, so zu spielen, immer mehr diese Zorniger-Vergleiche wurden rausgeholt, aus meiner Sicht hinken die total, also ich sehe da überhaupt keine Parallelen zwischen Zorniger und Tim Walter, sind für mich zwei ganz andere Personen, ja und das hat mich halt einfach ein bisschen unruhig gemacht und dann habe ich ja auch diese merkwürdige Beobachtung auf Twitter noch kundgetan, dass das die Mannschaft nicht mehr darauf reagieren würde, was der Trainer so macht, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war weiß ich alles, Schwachsinn, also ist so, muss man ja dann auch dann zugeben, das war völliger Bullshit im Nachhinein, das ist halt einfach so eine Aufgeregtheit, von der lässt man sich anstecken, dann sieht man irgendwas, mag ja sein, dass irgendein Spieler da keinen Bock jetzt auf Walter hatte, ist vielleicht aber auch nicht verwunderlich, wenn es gerade 5-2 für die anderen steht, also ist jetzt auch nicht, ja, so merkwürdig, dass ein Spieler sagt, Alter, geh mir nicht auf den Sack hier, wir haben das Ding eh abgeschenkt, also ja, ich muss da auch werden. Ja, aber trotzdem muss man natürlich festhalten, dass wenn man als VfB Stuttgart in die zweite Liga absteigt und dann ist man dort Trainer und man verliert halt einfach drei Spiele in Folge und davon zwei Heimspiele gegen Mannschaften, die auf dem Abstiegsrang stehen, dann ist das, wie soll ich es formulieren, quasi ein Abmahnungsgrund, würde ich jetzt mal, also das ist jetzt harsch formuliert, aber das kann man schon so sagen, das ist irgendeine Art Warnschuss und der Pokalerfolg in Hamburg wäre komplett verpufft oder nutzlos gewesen, wenn man jetzt gegen Dresden nicht nachgelegt hätte, weil hättest du jetzt nicht gewonnen, dann wärst du vier Spiele sieglos und das hätte echt, das wäre dann unschön geworden einfach und das darf dir auch nicht passieren als VfB Stuttgart, nicht als VfB Stuttgart Trainer und insofern war dieser Sieg wirklich für mich eigentlich noch wichtiger als der Sieg jetzt in der Pokalrunde in Hamburg, weil das war jetzt echt das Zeichen, okay, diese Niederlagenserie ist beendet, der VfB ist jetzt wieder in der Spur, das muss er jetzt natürlich in den nächsten zwei Spielen beweisen und ich meine, aber heute hat ja auch Nürnberg seinen Trainer rausgeworfen, Miros Lombka ist auch nicht mehr Hannover Trainer, also da sieht man ja, die Absteiger tun sich schwer und jetzt ist der VfB der Einzige, der noch an seinem Trainer festhält, ganz traditionell. Und auch zu Recht gar keine Frage, Es gibt keinen Grund, da überhaupt den Trainer in Frage zu stellen und wie gesagt, mein Ding war ja, dass ich damals meinte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr so 100 Prozent auf das hört, was der Trainer so sagt, also das war meine Beobachtung und dann siehst du halt das Spiel drei Tage später im DFB-Pokal gegen Hamburg und merkst, die Mannschaft möchte und das ist für mich schon auch ein Zeichen, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt und dass die Mannschaft auch bereit ist, dann den Weg mit dem Trainer weiterzugehen, weil da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wenn du jetzt nach München schaust, da können die Spieler dann schon klar machen, mit dem Trainer möchte ich hier nicht unbedingt mehr weiterarbeiten. Gut, das haben wir auch in Stuttgart schon das ein oder andere Mal erleben können und auch die, wie gesagt, die Anfangsphase jetzt im Spiel gegen Dresden hat ja ganz klar gezeigt, okay, die wollen halt, das ist schön zu sehen und es gibt ja Hoffnung. Das muss man immer wieder betonen, dass auch Tim Walter hier sich lernfähig gezeigt hat, auch wenn er vielleicht jetzt behauptet, wir machen immer noch das Gleiche wie früher, nur stehen von mir aus kompakter oder machen nicht so viele individuelle Fehler, mag alles sein, aber trotzdem hat er sein System angepasst und zwar, ja, hat er das Ganze jetzt kompakter gestaltet und geht etwas konservativer an die Sache ran, das ist einfach so. Punkt. Punkt, ja, bin ich voll und ganz bei dir und ich glaube auch, ich versuche jetzt nebenbei kurz die Spieldaten zu öffnen, man sieht ja auch, also je schlechter eigentlich so die Statistiken für ein VfB werden, desto besser wird das Spiel, weil wir hatten ja bislang immer Ballbesitzquoten in Heimspielen, die lagen irgendwie um die 80 Prozent oder so. Ja, Ballbesitz ist ein bisschen schlechter geworden, aber die Pässe finde ich da viel aussagekräftiger, also wir spielen weniger Pässe, das ist für mich. Genau, also wir hatten ja, gegen Wien Wiesbaden waren es ja, ich versuche es jetzt zu memorieren, aber 800 zu 200 Pässe oder so. Also Wiesbaden hatte weniger, wir hatten glaube ich an die 900 in Wiesbaden unter 100. Also ich weiß, Pascal Stenzel hat mehr Pässe gespielt als Wien Wiesbaden, das war so, also Fakt und jetzt hat man halt gegen Dresden 566 Pässe gespielt und die Dresden hatten 385, also jetzt war Dresden natürlich auch ein Team, das sich nicht komplett hin reingestellt hat, muss man dazu sagen, aber man hat irgendwie glaube ich dieses Dogma des Ballbesitzes und dieser unfassbar vielen gespielten Pässe so ein bisschen aufgeweicht und spielt dann vielleicht doch mal eher einen Pass in die Tiefe, was dem Spiel einfach bisher gefehlt hat. Das hat man ja, finde ich, relativ deutlich gesehen, dass das Spiel schneller wurde, weil viel mehr Vertikalbälle einfach eingestreut wurden. Ja, die Mischung, die Mischung passt besser, also das genau, was du gesagt hast. Die Pässe wurden zwar weniger, aber du hast mehr Tempo in den Aktionen, die Flanken sind besser geworden, muss man auch sagen. Da kommen jetzt inzwischen einen guten Drittel an und ich erinnere mich da, zu Beginn der Saison hatten wir da Werte um die 10 Prozent und trotzdem 13, 14, 15, 20 Flankenversuche. Mit den Dribblings, finde ich, geht man ganz gut um. Also da werden immer mal wieder Dribblings angesetzt, auch durchgebracht. Jetzt in dem Spiel auch wieder acht. Das ist ein relativ guter Wert. Also man merkt einfach, dass es insgesamt nach vorne eine Entwicklung gibt und die wurde ja auch eingefordert von vielen Fans. Also es ist ja immer, bei weiter sieht man keine Entwicklung im Vergleich zum Hannover-Spiel. Ich finde, man erkennt diese Entwicklung in den letzten beiden Spielen. Jetzt muss es natürlich weitergehen, beziehungsweise bestenfalls sich noch verbessern und die Tore dazukommen. Dann sieht das schon ganz gut aus, glaube ich. Gut, dann kommen wir, denke ich, zu der Meinung unserer Hörer und ich leite über auf die von mir geschätzte und geliebte Mailbox. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Das ist eure Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen, egal was es ist, quatscht uns drauf. Irgendwie sollte es einen VfB-Stuttgart-Bezug haben, sonst macht es wenig Sinn. Ich habe nach dem VfB-Pokal-Spiel und auch nach dem Spiel gegen Dresden nicht dazu aufgerufen, hier anzurufen. Trotzdem hat der ein oder andere gedacht, Mensch, doch rufe ich einfach an. Und das zu Recht. Das ist absolut richtig so. Es haben wirklich dann auch über 30 Leute wieder angerufen, überraschenderweise, auch wenn ich nicht dazu aufrufe. Ich habe es nur deswegen nicht gemacht, weil ich nicht genau wusste, ob ich es noch schneiden kann. Aber aufgrund dessen, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, habe ich gestern die Mailbox einfach noch fertig gemacht. Ja, habe das ausgenutzt sozusagen. Und die, lieber Sebastian, hören wir uns jetzt kurz an. 20, 20 Fußball, Gott! Ohne das Dresdenspiel jetzt gesehen zu haben, muss ich eine Frage stellen. Mit welcher Berechtigung spielt ein Ascassi Bar eigentlich in einer Zweitligamannschaft? Wann hat der uns das letzte Mal irgendwas gerettet, Punkte gebracht oder irgendeine gute Aktion gebracht? Wenn ich den auf dem Spielfeld sehe, kriege ich einen 200er-Puls. Das Pokalspiel ist vorbei. Es war eine kleine Wiedergutmahlung für Samstag. Ich bin ja kein Fan von Castro, aber ich muss ehrlich zugeben, die Krebsche gestern in der ersten Halbzeit war wahrscheinlich die beste Aktion eines Linksverteidigers der Saison vom VfB. Al-Gradoui hat mir gut gefallen, Castro hat mir gut gefallen, Badstuwa hat mir gut gefallen, Bredlo ein bisschen nervös, denke ich kann man auch verstehen, wenn man nicht so oft spielt. Ansonsten eine gute Mannschaftsleistung, endlich auch mal den HSV daheim besiegt. Jo, Grüße vom VfB-Stadion. Der VfB hat gerade gewonnen und das Spiel nicht so abgeschenkt, wie ihr das herbeigeredet habt und das freut uns doch alle sehr. Von daher, ja, der VfB! Beim VfB Stuttgart spricht man ja immer von Entwicklung und wenn man sich das dann heranschaut, was bedeutet Entwicklung? Wahrscheinlich erstmal auch nicht Scheiße fressen, laufen, sich die Scheiße abschütteln und durch irgendeinen Erfolg, so wie wir es heute gegen den HSV gemacht haben, die Weiterentwicklung erzwingen. Also das Los, wieder mal ein Auswärtsspiel, was sind wir auch anderes gewohnt. Gegen Leverkusen, da freue ich mich eigentlich relativ gut drauf, weil was gibt es Schöneres als weiter gegen Bosch? Zwei offensiv starke Mannschaften, in Anführungsstrichen. Es wäre echt mal so gut zu sehen, wie die beiden gegeneinander spielen, wie unser System dagegen aussieht. Santi gegen Harvard's reloaded, Holland gegen Badstuber und nur solche Geschichten. Also es ist wirklich extrem spannend und da habe ich echt Bock auf dieses Spiel. Ihr hört es vielleicht in der Kanne. Rutzl, das ist Sondag. Ich rat mir jetzt erstmal Maustaschen an. Hallo, hier ist nochmal die Gina. Dieses Mal ohne Forrest und Paddy leider, aber ich wollte mich nochmal für die tollen Sekunden, die ihr uns auf eurer letzten Mailbox gewidmet habt, bedanken. Auch wenn ich nicht so wirklich zu Wort kam. Und auch für die tolle letzte Folge. Ich muss euch sehr zustimmen. Ich bin momentan auch in so einer Phase, in der ich einfach keine Lust auf den VfB habe. Hallo, hier ist Enzo, aka Schieb Enzo. So, ich freue mich erstmal heute über die drei Punkte und den Sieg. Aber auch das war keine souveräne Leistung der Mannschaft. Wie kann man so oft, so frei, so gut vorm Tor stehen? Ich meine, dass man einmal den Kieper anschießt, okay, dass man ihn zweimal anschießt. Dass man vielleicht den letzten Pass im Elfer nicht mehr sauber zu Ende spielt. Sowas kann alles mal passieren. Sowas ist nicht schlimm. Aber doch nicht 90 Minuten über. 3-1 gegen Dresden und knapper Sieg gegen den HSV im Pokal. Scheint ja doch zu funktionieren. irgendwie. Aber heute war auch wieder leider mehr Schatten eigentlich. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern mir ist eigentlich viel wichtiger, was kann man eigentlich tun gegen diese Menschen, die tatsächlich pfeifen, wenn mal beim Stand von 2-1 ein Fehlpass passiert. Das ist doch wirklich traurig. Was machen die Leute im Stadion? Wenn ich jetzt eben schon wieder lese, dass bald heraus gefordert wird, dann kann ich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Denn die haben in den letzten Jahren nichts gelernt anscheinend. Also mit der Taktik von heute, also rein taktisch gesehen, sollten wir fortfahren. Man sollte solche Spiele vielleicht auch mal mit 3, 4, 5 Toren Unterschied gewinnen können. Ach ja, und ich habe jetzt sehr viel sagen, dass ich das heute im Tor gemacht habe. Und ich will Sebastian singen hören morgen beim FDR Podcast. Endlich wieder ein Heimsieg. Endlich wieder ein Sieg in der Liga. Zwar mit das beste Spiel in der Saison, meine Meinung. Ich freue mich über die Saisontore, über das Saisontor Nr. 2 von Silas. Ich freue mich über das Saisontor Nr. 1 von Santi. Das Spiel für sich genommen war großteils in Ordnung. Womit ich nicht zufrieden war, war der Strafstoß, da meines Erachtens Cornet aus einer abseits verdächtigen Position kam. Was mir wenigstens gefällt, ist beispielsweise Tim Walter für mich nicht so beratungsresistent, weil er zum zweiten Mal jetzt mit dem 4-3-3 Antritt, was aus meiner Sicht mehr Stabilität bringt wie die Raute. Und er zum Beispiel, ja, Abuccia auch die Chance gibt, oder mit Philips den Wechsel zu Abuccia, ja, so ein Wechsel ist, wo man sagt, okay, da hört er auch ein bisschen auf die Erfahrungswerte und sagt, okay, Abuccia hat einfach jetzt ein Auer zu unsicher gewirkt und wirf ihn nicht gleich wieder rein. Ich wollte nur sagen, nochmal vielen, vielen Dank dem lieben Sebastian für den Vertikalplatz. Und wenn er mich nochmal braucht, ihr wisst ja, wo er mich findet. Ich wollte eigentlich nur mal meinen Cousin, den Philipp, grüßen, der das Podcast auch wird. Und der am Sonntag quasi noch hackevoll zum Spiel gefahren ist, weil wir davor mal in drei Saison gefeiert haben. Fälle Shoutout an Philipp und Steffen. Jungs, hier ist heute Hammer. Wenn ihr euch auch daran beteiligen möchtet und eine Nachricht aus der VfB-SDR-Mailbox hinterlassen möchtet, dann ruft an unter 0711 25 28 16 04. Danke und auf Wiederhören. Das war die Mailbox für diese Woche und ihr habt es gehört, ja, es gab zu Beginn der Mailbox kritische Stimmen in Richtung Santiago Ascaciba, die muss ich natürlich unbedingt mit reinschneiden, auch wenn der Herr, der da angerufen hat, nicht wusste, dass Santi so eine Art Matchwinner wird im Spiel gegen Dresden. Sebastian, als du diese Kommentare über Santiago Ascaciba gehört hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also ich dachte, ich glaube immer noch, er hat das ironisch gemeint. Ja, hat er ja auch. Und es gibt natürlich jetzt auch schon den neuen Song für Santi Ascaciba. Ähm, wie habe ich ihn genannt? Santi krätscht wieder. Aber wir verschonen euch jetzt mit Gesang, ihr habt es ja schon gehört, Roland Kaiser, Santa Maria, Santi krätscht wieder. Genau, aber ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, oder wenn ich jetzt anfangen würde zu singen, dann wird Unity Media die neue etablierte Leitung sofort wieder kappen. Ja, und wenn die es nicht machen, dann nicht. Da gehe ich von aus. Gut, dann wurden mir mehrfach Kommentare, Sky-Kommentare geschickt. So ist es richtig. Und zwar hatten mehrere Leute die Idee, den Sky-Kommentar aufzunehmen, als das 2.1 in Hamburg fiel, durch Hamadi Al-Ghadoui. Zum einen hörte man das in der Aufnahme nicht allzu gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zum anderen weiß ich gar nicht, wie das rechtemäßig ist, wenn ich da Sky verwurschte. Nicht, dass wir da was zu befürchten haben. Deswegen danke für die vielen Anrufe, die mir die Sky-Kommentare zur Verfügung stellen wollten. Aber ja, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. So, dann muss ich auch noch sagen, es gab Anrufe aus der Kurve in Hamburg und auch aus Stuttgart. Das ist auch so ein Problem, denn offensichtlich können diese neuen Telefone nicht gut mit Fangesängen umgehen. Also man hört dann wirklich in der Aufnahme rein gar nichts. Sebastian, du hast es ja auch schon mal angehört. Man hat so irgendwie das Gefühl, dass jemand versucht, Fangesänge aufzunehmen, aber gefühlt auf dem Cannstatter-Vasen steht und eben dann von dort aus versucht, die Cannstatter-Kurve aufzunehmen. Ja, ich glaube, sobald es zu laut wird, machen die Mikrofone irgendwie dicht. Ich habe es auch mal mit Videos gehabt mit dem iPhone aus dem Block. Und wenn es dann einfach zu laut ist, dann machen die komplett dicht. Dann hört man nur noch so ein dumpfes Grummeln irgendwie und dann hat das leider gar keinen Wert mehr. Also da müssen wir leider von abgehen, obwohl mir das sehr gut gefallen hat. Ich glaube, die Kesselhelden hat das mal ganz hervorragend hinbekommen. Es war aber bislang der einzige Anrufer, der es geschafft hat, Fangesänge in Top-Qualität hier auf der STR-Mailbox abzuliefern. 0711 für Stuttgart, 25, 28, 16, 04. Ihr könnt es natürlich auch diese Woche aus Osnabrück versuchen. Also der Versuch ist weiterhin erlaubt, aber wenn es dann nicht in der Sendung landet, beziehungsweise nicht in der Mailbox, dann liegt es nicht daran, dass wir eure Fangesänge nicht mehr möchten, sondern dass wir sie einfach nicht richtig hören. So ist es. Dann bedanken wir uns natürlich bei der Gina, die die Telefonnummer endlich mal gebührend hier angesagt hat und der auch nicht ins Wort gefallen wurde vom Forrest oder vom Paddy. Wobei, ich glaube, der Paddy hat sich auch zurückgehalten. Es war ja der Forrest, der viel erzählen wollte. Den müssen wir vielleicht mal in die Sendung einladen, dass der hier mit uns über den VfB spricht. Oder über das Angeln. Ist ja auch ein begnadeter Angler, habe ich mir sagen lassen. Wäre das was, Sebastian? Hast du Interesse am Angeln? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn du das schon überlegt, dann glaube ich eher nicht. Ich will da jetzt das nicht zu Barsch zurückweisen. Ah, sehr gut. Und ja, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es auch hier an der Stelle bei der Mailbox. Das meiste, über das auf der Mailbox gesprochen wurde, haben wir ja auch schon abgearbeitet. Da ging es natürlich hauptsächlich um Dresden und um das DFB-Pokalspiel gegen den Hor SV, wie man so schön sagt. Und wir gucken auf unseren nächsten Gegner. Genau, wir können uns noch ganz kurz, ich möchte mich noch ganz kurz bei der Annette bedanken, die ja gegen Dresden auf dem Vertikalplatz saß und ihre Sache weitaus besser gemacht hat als der Ralf. Also der konnte auch nichts dafür, der war gegen Kiel auf dem Vertikalplatz, aber sie hat jetzt für drei Punkte gesorgt. Und wenn es dann wirklich mal wieder, ja irgendwie Spitz auf Knopf zugehen sollte und wir brauchen unbedingt drei Punkte, dann denke ich, werde ich das Ticket wieder ihr übergeben, damit sie dann den VfB zum Heimsieg bringt im Maxim-Trikot. Es hat wunderbar funktioniert. Also dann hoffe ich, dass sie schnell wieder Platz nimmt auf dem Vertikalplatz, um halt dann weiterhin erfolgreich zu Hause zu sein. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu unserem nächsten Gegner und das ist der VfL Osnabrück, eine Mannschaft, die ich irgendwie ins Herz geschlossen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die Bremer Brücke, das Stadion einfach in Osnabrück sowieso schon immer interessant und habe mir dann am dritten Spieltag auch gleich mal ein Montagsspiel reingepfiffen gegen Darmstadt. Und die Stimmung ist ja fantastisch da vor Ort. Ich finde den Fußball, den die Jungs spielen, sehr interessant. Ich mag den Trainer Daniel Thun. Ich glaube, das ist jemand, den könnten wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann auch mal in der Bundesliga sehen. Zumindest in der Spitze der zweiten Liga sehe ich den schon. Wird wahrscheinlich schwierig, das mit Osnabrück zu schaffen, aber also Daniel Thun ist jemand, den muss man auf dem Zettel haben für die Zukunft. Sehr interessanter Trainer. Und auch die Mannschaft an und für sich ist relativ gut. Auch wenn Osnabrück in der Tabelle nur auf Platz 15 steht, haben sie eine sehr, sehr gute Abwehr für so einen Abstiegskandidaten, wenn man das jetzt rein auf den Tabellenplatz beziehen möchte. Erst zwölf Gegentore, damit die zweitwenigsten. Nur der HSV hat weniger kassiert. Sandhausen hat, glaube ich, auch erst zwölf kassiert. Also das ist schon ein Markenzeichen dieser Mannschaft. Man trifft da nicht allzu oft. Und ja, gut, sie haben natürlich nach vorne hin leichte Defizite. Da könnten ein paar mehr Tore rausspringen. Ich glaube, da haben sie erst 13 geschossen. Aber an und für sich ist das einfach eine gute Mannschaft, finde ich. Also für einen Aufsteiger haben die eine richtig starke Truppe zusammen. Du hast hinten den Just von Aken. Grundsolider, starker Verteidiger. Der gefällt mir richtig gut. Dann hast du mit Felix Agu, einen deutschen U21-Nationalspieler. Ich glaube U21. Das ist auch ein richtig starker Mann. Also der ist auch dafür bekannt, dass er halt dann den ein oder anderen Treffer mal auflegen kann. Ich glaube, das ist sogar der Spieler mit den meisten Assists bei Osnabrück. Also das ist jemand, den sollten wir auf dem Zettel haben. Und ja, gut, Kevin Wolze, die kennt man vielleicht sogar auch noch. Du hast mit Moritz Heyer einen Spieler, der vielleicht auch sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen könnte. Also das sind schon insgesamt einfach gute Leute, die da im Kader stehen. Einen möchte ich natürlich noch hervorheben. Und zwar den besten Torschützen der Osnabrücker. Marcos Alvarez, der, ich glaube, zu Beginn der Saison irgendwie so ein bisschen mithaderte, dass er nicht allzu viele Spiele von Beginn an machen konnte, sich dann aber durch gute Leistungen die Mannschaft gespielt hat und jetzt seinen Stammplatz sicher hat, auch schon insgesamt fünfmal getroffen hat in der Zweitliga-Saison. Das ist jemand, auf den sollten wir aufpassen. Auch wenn er jetzt nach langer Torflaute, ich glaube, er hat am fünften Spieltag getroffen, zweimal gegen Karlsruhe, genau, ich sehe es gerade, und dann viele, viele Spiele nicht. Und jetzt erst zuletzt gegen Herrn Regensburg wieder ein Tor geschossen. Aber das ist trotzdem so der, für mich der gefährlichste Offensivspieler der Osnabrücker. Zusammen eben dann mit dem jungen Talent, muss man ja sagen, Felix Agu. So, was du ja so gut auskennst und ich mich so gar nicht auskenne mit Osnabrück, aber mal wieder den Kicker vor mir liegen habe und ich sehe bei Osnabrück auf der rechten Offensivseite spielt jemand, der heißt Uahim. Ja. Und der ist, laut Kicker, der viertbeste Spieler der Liga. Also von allen Spielen. Was weißt du denn über ihn? Ja, in der ersten Spieltag. Nein, nein, generell über die ganze Saison. Ich habe hier die Top-Feldspieler. Platz 1 ist Mats Möller-Darley, Platz 2 ist Fabian Kloos, Platz 3 ist Adrian Fein vom HSV und Platz 4 ist dann eben Jena Uahim. Also der ist mir nur durch seine starke Anfangsphase, möchte ich so sagen, bekannt. Also weil er halt im ersten Spiel dann gegen Heidenheim gleich ein Tor geschossen hat, dann beim tollen Spiel gegen Darmstadt auch eine gute Leistung gezeigt hat. Und dann ist er bei mir so ein bisschen aus dem Gedächtnis raus und auch aus dem Sichtfeld. Also ich glaube, er war auch mal verletzt oder so zwischenzeitlich. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ich habe den so abgespeichert als guten Beginn und danach solide. Ich meine jetzt beim 3 zu 3 in Regensburg hat er auch eine Note 4,5 bekommen, aber der scheint ja dann schon Qualitäten zu haben. Und das ist ja dann auch wieder die rechte Angriffsseite, gegen die sich dann wahrscheinlich irgendwie Gonzalo Castro behaupten muss, was dann vielleicht auch spannend werden könnte. Mal gucken. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja, das sehe ich ähnlich wie du. Also Heider ist da vielleicht auch noch zu nennen. Der kann, glaube ich, auch über Außen eingesetzt werden. Marc Heider. Genau, der hat jetzt irgendwie zentral gespielt, aber zwei Tore geschossen. Ja. Also der ist natürlich schon etwas älter. Vielleicht passt das dann von der Geschwindigkeit. Weiß ich nicht. Aber das, sag mal so, ich habe jetzt gar nicht so große Angst vor der Offensive, eher vor der Defensive. Weil ich glaube nicht, dass wir die irgendwie 3-4-0 abschießen oder so. Du schießt nicht viele Tore gegen Osnabrück. Das ist so mein Gefühl. Wir haben einen Vorteil. Wir können da Samstagmittag spielen. Das fühlt sich halt wirklich immer an wie so ein Jugendspiel, wenn Spiele 13 Uhr angefiffen werden an einem Samstag. Und ich glaube, das ist echt wichtig, wenn du auswärts spielst, also sprich an der Bremerbrücke, da möchtest du kein Flutlichtspiel bestreiten müssen. Oh nein. Es sind einfach 10% mehr, die die Spieler da offensichtlich dann noch dem Spiel zutragen können. Also das ist schon frappierend, was diese Zuschauer für eine Wirkung erzeugen können. Also das ist schon irre. Von daher bin ich da ganz froh. Und du musst halt irgendwie möglichst schnell in Führung gehen. Ansonsten wird das eine sehr Angelegenheit. Also ich glaube nicht, dass wir die abschießen da in Osnabrück. Ich hoffe, dass uns ein Tor gelingt. Das wäre jetzt auch so meine Tendenz, dass wir vielleicht 1-0 gewinnen oder 1-1 spielen. So in die Richtung geht eher mein Tipp. Ich bin da eher etwas verhalten. Okay. Also ich sehe jetzt da kein großes Schützenfest, hoffe aber drauf. Ja, ansonsten habe ich auch nicht allzu viel weiter beizutragen zu Osnabrück. Ja, ist sicherlich nicht das einfachste Auswärtsspiel der Saison. Das kann man mal festhalten. Kann man festhalten. Man muss übrigens auch aufpassen, was Freistöße und so anbelangt. Also die haben ein paar gute Schützen, paar gute Freistoßschützen. Also da muss man aufpassen, dass man nicht allzu blöde Freistoßpositionen den Osnabrückern schenkt. Und ihre größte Schwachstelle aus meiner Sicht ist wirklich, wenn sie Konter verteidigen müssen. Also sie sind in der Defensive stark, aber nicht so schnell. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir vermutlich nicht allzu oft in die Situation kommen, dass wir kontern können. Aber was ich mir schon denken würde, ist, dass wenn wir ein ähnliches Tempo vorlegen wie in der ersten Halbzeit in Dresden, dass dann die Abwehrreihe schon Probleme bekommen wird. Und ja, da muss man halt mal gucken, was da das Mittel der Wahl ist. Flanken ist so eine Sache, kommt auch an, wer bei uns vorne drin spielt. Und ansonsten sehe ich halt schon gute Möglichkeiten, dann von mir aus auch mal aus 16 Meter oder so abzuziehen. Gerade so ein Klement, der ist jetzt einfach fällig. Das ist dann schon ein Mittel. Ansonsten kann ich nicht allzu viel zum Thema Osnabrück beitragen, außer dass ich mich auf dieses Spiel wahnsinnig freue. Ja, das wird echt nochmal so ein Härtetest. Ja, ja, ja. Und auch ein Charaktertest irgendwie, weil das wird sicherlich kein schönes Auswärtsspiel für die VfB-Spieler. Da muss man echt dann Zehnen zusammenbeißen, Leistung bringen, Druck machen und so weiter. Das wird, glaube ich, echt so ein Charaktertest. Und dann gerade mit Hinblick auf die Länderspielpause die Woche drauf und dann das Derby danach ist es halt kein unwichtiges Spiel. Ja, also verlieren solltest du es nicht, sonst hast du gleich wieder Druck im Derby. Du hast es schon angesprochen. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass wir mindestens einen Punkt holen. Und ja, ein Dreier ist möglich. Brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Spielglück. Aber vielleicht, ja. Ja, und Santi Ascaciva als Torschütz. Ja, davon gehe ich aus, dass wenn ein Tor fällt, dass das Santi machen wird. Auf jeden Fall, jetzt wo es läuft, keine Frage. Ja, ja, Ketchupflasche und so, ja. Apropos läuft, ja. Du hast ja zu Beginn unseres Stadtelf-Tipps immer mal wieder gesagt, Mensch, ja, du hast ja eh wieder gewonnen und jetzt, ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Das Blatt hat sich komplett gedreht, lieber Sebastian. Ja, die letzten zwei Spieltage, da hast du mich wirklich platt gemacht, anders kann ich es nicht sagen. DFB-Pokalspiel, zehn von elf Spielern richtig vorhergesagt, ich nur sieben. Ja, weil du mich mit deinem blöden Copperkeeper nämlich in die Irre führen wolltest. Ja. Und ich bin drauf reingefallen und dann hat Tim Walter das nämlich doch so gemacht, nachdem ich ihn angerufen habe. Genau, hast du gesagt, pass mal auf, der Brevo, der braucht auch mal. Tim, tu mir einen Gefallen, ja. Und es hat funktioniert. Und dementsprechend konntest du da wirklich viele, viele Punkte gut machen und hast dann auch gleich gegen Dresden auch nochmal abgeliefert, zehn von elf Spielern richtig vorhergesagt, ich nur neun. Das war dann nicht ganz so vernichtend für mich, aber nichtsdestotrotz musste ich meinen großen Vorsprung, oder der wurde von dir etwas eingeschrumpft. Also jetzt habe ich nur noch drei richtige Spieler Vorsprung. Ich habe 116 von 143 möglichen richtig getippt in der Saison und du 113 von 143. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie man so schön sagt. Umso wichtiger wird der Startelf-Tipp für diese Woche, lieber Sebastian. Und da hast du natürlich jetzt als Doppelsieger hier die Bürde anfangen zu müssen und deine Abwehrreihe und Torhüter mir präsentieren zu dürfen. Ja, also ich mache es mir einfach. Generell, ich glaube, wir spielen in Osnabrück genauso wie gegen Dresden, nur mit Bart Stuber für Nathaniel Phillips. Potzblitz, sagt man so schön. Ja, also das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Und ich bleibe auch dabei. Das ist natürlich relativ unspannend jetzt für alle, die sich vielleicht auf dem... Ja, aber da müsst ihr durch. Ja, ich meine, die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, ob Clement oder Förster eine Pause bekommen. Oder ob er vielleicht auch vom System nochmal umschwenkt und dann doch wieder mit zwei Stürmern spielen lässt oder so. Das ist jetzt die einzige Frage, die bei mir offen ist. Aber wenn er dieses 4-3-2-1 spielt, dann gehe ich davon aus, dass er dieselben Leute aufs Feld schickt. Bart Stuber halt dann statt Phillips. Ja, ich sehe da jetzt keinen Grund, was zu verändern. Ja, aber ich sehe auch keinen Systemwechsel, weil das Al-Gadoui ins Spiel kam und nicht Gomez. Es ist ja echt so ein Wink mit dem Soundfall, dass Mario Gomez jetzt in der Stürmer-Hierarchie wirklich ganz weit hinten ist. Und ja, und Al-Gadoui ist halt, glaube ich, auch jemand, jemanden kannst du halt eher dann gegen Ende bringen als von Anfang an. Und das Gleiche gilt halt aktuell für Silas, der mit seiner Schnelligkeit dann schon leicht müde Abwehrspieler dann natürlich komplett demoralisieren kann. Also Silas würde ich auf keinen Fall spielen lassen, sondern wie du sagst, den würde ich halt einwechseln, wenn du ihn dann brauchst, wenn irgendwie noch Tempo gefragt ist. Und bei Al-Gadoui ist es halt dann letzten Endes so das Thema, wie möchtest du gegen Osnabrück zu Chancen kommen? Wenn du dann über die Außen kommen möchtest, mit Flanken spielen willst, dann ist es gar nicht so schlecht, einen Al-Gadoui vorne drin stehen zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn du natürlich dann so agierst, wie gegen Dresden und die auch die Osnabrücker ein bisschen mitspielen, möchte ich mal so sagen, dann sehe ich dann schon eher Vorteile, wenn du mit Spielertypen wie Clement und Förster hinter González agierst. Also ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass González mal eine Pause bekommt und plötzlich Al-Gadoui anfängt. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber es wäre halt nicht mein Startelf-Tipp. Gut, das ging diesmal relativ fix, Sebastian, mit diesen Startelf-Tipps. Ist ja Wahnsinn, was wir heute für ein Tempo haben. Wahnsinn, das ist meine neue Internetleitung. 150 Mbit, da geht alles schneller. Unter zwei Stunden, pass auf. Heute schaffen wir es. Stunde, 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 Stunde. Du hast gerade eben das Derby schon angesprochen. In drei Wochen oder ja, in zweieinhalb Wochen ist es soweit. VfB gegen KSC und es werden weniger Gästefans mit nach Stuttgart reisen. Das ist jetzt für uns nicht allzu schlimm. Ja, der VfB und der KSC haben bekannt gegeben, dass nach Absprache mit den Behörden und Polizei das Gästekontingent reduziert wurde. Zudem wurde nach Angaben des VfB Stuttgart rund um den Auswärtsblock keine Tickets für Plätze angeboten. Man nennt das Ganze dann einen Pufferbereich. Also ich habe das ja vielleicht jetzt auch schon gegen Dresden gesehen. Wenn die Anfrage dann nicht allzu groß ist und eben das Stadion nicht ausverkauft ist, dann gibt es ja immer diesen Streifen neben dem Auswärtsblock, der dann frei bleibt. Und gegen den KSC hätte man natürlich diesen Streifen auch verkaufen können. Aber ja, aus Sicherheitsgründen macht man das nicht. Und das schlägt sich wie folgt durch, möchte ich fast schon sagen. 2017 waren 6.000 Karlsruhe-Fans mit in Stuttgart. Und jetzt in dem Jahr 2019 werden nur 3.750 KSC-Fans mit nach Stuttgart reisen. Und Tickets gingen auch nur an Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Also da werden wohl deutlich weniger KSC-Fans in zweieinhalb Wochen hier in Stuttgart erwartet. Ja, finde ich nicht so schlimm. Aber es sieht natürlich irgendwie scheiße aus mit dem Streifen. Also das ist das einzige Problem, was ich an der Sache habe. Ja, aber gut, aber direkt neben dem Gästeblock mag dann auch irgendwie niemand sitzen. Ja, da gebe ich dir an. Da gab es doch jetzt diese Early-Bird-Pakete. Aber waren das nicht die Blöcke dann neben dem Gästebereich, die dann da angeboten wurden? Also das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es dieses Paket gab. Aber wenn es dann so war, dann wären die wahrscheinlich irgendwo anders hingesetzt. Also ich finde es halt blöd, dass du solche Puffer-Bereiche brauchst. Ja, natürlich ist es blöd, ja. Ja, dass du da deine Party feierst. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn da mal ein paar Bengalos brennen, solange sie einfach nur nach oben gestreckt werden und nicht in Blöcke fliegen oder aufs Spielfeld oder so, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Genau, weil das war ja 2017 der Fall, dass die KSC-Fans dann ihr Zeug da halt irgendwie auf den Platz abgefeuert haben und beinahe ihre eigenen Spieler getroffen haben. Ja, das braucht es nicht. Ein No-Go, ja. Ja, und dann hat das halt eben zur Folge, dass in dem Fall knapp 3000 Fans nicht mit nach Stuttgart reisen dürfen. Und ja, sind sie selber schuld. Kann ich mitleben. Ich bin gespannt, wie es dann für uns aussieht, wenn wir nach Karlsruhe fahren, ob es da auch irgendwelche, ja, ich überlege gerade, gab es von unserer Seite abgefeuerte Bengalos in Richtung Platz oder so? Ich weiß, dass es da auch ganz schön gequalmt hat und gebrannt hat in Karlsruhe. Aber ich glaube, da flog nichts auf dem Platz, oder? Nee, aber soweit ich weiß, ist das auch so der Ehrenkodex der Stuttgarter Ultras, dass wenn Pyro abgefeuert wird, die dann auch definitiv im Block bleibt und nirgendwo hingeschossen wird. Ja, anders als zum Beispiel bei Union Berlin. Ja. Kult-Klub. Gut, dann müssen wir noch ganz kurz auf das WLAN-G zu sprechen kommen. Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich darüber berichtet, möchte ich fast schon sagen. Und jetzt hat sich auch der Verein dazu positioniert. Und es gibt gleich noch interessante Neuigkeiten von Sebastian, der mit, weiß ich nicht, ist das ein Besitzer von VotingTag? Ja, das ist der Geschäftsführer von VotingTag. Geschäftsführer von VotingTag. Sich unterhalten hat. Und da wird er gleich noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plausern haben. Also, der VfB hat sich wie folgt geäußert, die Darstellungen des Sachverhalts sind entweder inhaltlich falsch oder so verkürzt, dass sie einen falschen Eindruck erwecken. Diesen Darstellungen wird daher vollumfänglich widersprochen. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, es war so, dass VotingTag, oder Sebastian, du hast ja mit dem Jungen telefoniert, mit dem Herren, Entschuldigung. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was VotingTag dem VfB vorwirft. Das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr genau, was VotingTag dem VfB vorwirft. Naja, das Ding war halt, dass sie dieses Komplettpaket angeboten haben. Der VfB hat gesagt, wir brauchen kein Komplettpaket. Wir können das mit dem Internet selber machen. Bringt ihr die Tablets, wir bringen den Juice sozusagen, wir bringen das Netz. Ja, ja, genau. Und das war ein Punkt, dass es da nicht so richtig funktioniert hat. Und ich glaube, jetzt war es ja dann auch so, dass der VfB stückert ein paar andere Dinge, die von VotingTag, ja, ich möchte sagen, gebraucht wurden, nicht ganz so an den Start gebracht haben, wie das vereinbart war. So möchte ich es mal sagen. Genau, also ich hatte die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer von VotingTag zu telefonieren am Freitag, der bei uns ja Feiertag war, aber in Berlin, wo die Firma sitzt, dann glücklicherweise nicht. Und dann konnte ich mich mit ihm unterhalten. Und das war auch wirklich sehr interessant. Und ja, man muss vielleicht vorab mal sagen, das VotingTag ist jetzt irgendwie keine kleine Klitsche, die halt irgendwie jetzt mal spontan dachte, sie könnte beim VfB Stuttgart diese Versammlung dann irgendwie wuppen, sondern die machen sowas regelmäßig. Die haben das für Hannover gemacht, für Kaiserslautern, für den KSC und auch zum Beispiel für Schalke 04. Und da hat man ja nicht davon gehört, dass da irgendwie was komplett den Bach runtergegangen ist. Und tatsächlich war es so, dass das Unternehmen dem VfB ein Komplettsystem angeboten hat. Sprich Infrastruktur in Form von WLAN-Antennen und ja, Richtantennen für den Außenbereich und Access Points und vor allen Dingen auch einer Firewall. Und dahinter steht dann halt dieses VotingTag-System mit einem Server und der entsprechenden Software, um diese Abstimmung dann halt durchlaufen zu lassen. Und da hat der VfB dann gesagt, ja, das ist gut, aber wir nehmen eigentlich nur die Software und euren Server und diese ganze WLAN-Infrastruktur, das machen wir, und das ist glaube ich neu, nicht selbst, sondern über einen anderen Dienstleister. Und insofern wurde dann diesem Unternehmen VotingTag quasi am Tag der Abstimmung eigentlich nur einen Platz zugewiesen für ihren Server und hat gesagt, irgendwie stöpselt euch da ein und dann läuft das halt. Und ja, und das lief dann ja, wie wir mittlerweile wissen, nicht wirklich. Und genau, der Geschäftsführer von VotingTag sagt, aus seiner Sichtweise liegt es an einer fehlenden Firewall, weil die wäre Bestandteil seines Komplettsystems gewesen und die hat vermutlich gefehlt, um diese vielen Anfragen übers WLAN quasi irgendwie so ein bisschen abzupuffern, weil er sagt, er war zum Beispiel, der Server war ja über ein Kabel die ganze Zeit verbunden und da lief die ganze Zeit alles einwandfrei. Also übers Kabel ging es, aber übers WLAN ging es nicht und vermutlich fehlte einfach diese Komponente der Firewall, also so ein ganz klassisches Schnittstellenproblem. Du nimmst nicht eine Lösung von einem Anbieter, sondern halt zwei Teillösungen von zwei Anbietern und dann funktioniert das halt dann einfach nicht. Aber er, das fand ich auch ganz interessant, also abseits jetzt von dem ganzen technischen Problem, hat er auch gesagt, also ihm ist zum Beispiel nicht bekannt, also bei allen Abstimmungen und bei allen Vereinen, die sie jetzt gemacht haben, es gab keinen einzigen, der keine Backup-Lösung hatte in Form von Papier oder irgendetwas anderem und er sagte auch, sie haben dem VfB nach der ersten erfolglosen Testabstimmung empfohlen, macht jetzt langsam mal bitte das Backup aus Papier bereit. Moment, Moment, ich muss kurz einhacken. Ja. Es gab eine Testabstimmung. Gab es ja auf der Mitgliederversammlung. Du erinnerst dich? Nee. Es gab einen Testlauf. Ich meine, wir sind direkt eingestartet mit einer richtigen Voting-Geschichte, also kein Testlauf, oder? Ich meine, es gab einen Testlauf, es gab eine Probeabstimmung auf der Mitgliederversammlung, weil das erste, über das ja hätte abgestimmt werden müssen, wäre ja vermutlich die... Das war der Antrag auf Beendigung. Beendigung der Aussprache, ne? Und meiner Meinung nach war genau das der Punkt, als dann das WLAN nicht funktionierte. Dann gab es vielleicht keine Probeabstimmung, sondern es gab halt dann gleich diese Abstimmung und da hat es halt schon nicht funktioniert. Genau. Und da sagt ja der VfB, es konnte als Ursache eine Überlastung des Voting-Systems identifiziert werden. Eine Funktionsstörung des WLAN habe nicht festgestellt werden können, es sei nur deshalb nicht zur Verfügung gestanden, weil versucht worden sei, die Funktionsfähigkeit des Abstimmungssystems wieder herzustellen. Genau. Aber das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Genau. Und wie gesagt, der Geschäftsführer von Voting-Tech sagt, also das Abstimmungssystem hat jederzeit einwandfrei funktioniert. Und der Fehler lag an anderer Stelle. Und da hat man wohl schon von Seiten der Experten quasi gemerkt, dass das eventuell so nicht funktioniert und hat dann gesagt, hey, macht vielleicht mal langsam eure Backup-Lösung bereit. Und dann hat halt jemand beim VfB gesagt, ja, wir haben keine Backup-Lösung. Und er hat auch gesagt, also ich miss halt, wie gesagt, die machen das ja als tägliches Geschäft und er hat gesagt, sie haben es noch nie erlebt, dass es kein Backup gibt. In irgendeiner Form halt. Und das kann halt nicht sein, weil er sagt auch, selbst wenn alles eigentlich reibungslos funktioniert, es kann ja immer mal was sein. Ein Stromausfall, ein Unwetter, ein, weiß ich, Marderschaden am Kabel. Aber man kann bei einer Funklösung keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Und deswegen brauchst du zwangsläufig ein Backup. Und eine Satzung, die das dann nicht vorsieht, die ist halt irgendwie schräg einfach. Ja, da sind wir uns, denke ich, mal alle einig, dass die Satzung da definitiv angepasst werden muss in diese Richtung. Und ich bin ja weiterhin Befürworter der analogen Lösung, möchte ich so sagen. Und man versichtigt komplett auf Abstimmungs-, auf digitale Abstimmungsgeräte. Es gibt übrigens jetzt, ach, von, 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 ach, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, lasse ich es, glaube ich, weg. Oder ich gucke schnell nach. Komm, so viel Zeit muss sein. Ich kann ja in der Zwischenzeit noch kurz erzählen, dass mir der Geschäftsführer von VotingTag dann auch sagte, dass zum Beispiel andere Clubs von Ihnen, VotingTag als Dienstleister, verlangen, dass Sie eine Haftpflichtversicherung für eine derartige Veranstaltung abschließen. Also für den Fall, dass es nicht funktioniert, dass irgendwas schiefläuft, wie jetzt in Stuttgart geschehen, dass dann eine Versicherung für die entstandenen Kosten einspringt. Also zum Beispiel Schalke 04 macht das. Die sagt, ja, du darfst bei uns, wir beauftragen dich, die Abstimmung durchzuführen. Aber du musst für diese Veranstaltung auch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann trägt die Versicherung die Kosten. So eine Versicherung ist natürlich nicht günstig, die kostet fünfstellig. Aber der Verein, also in dem Fall Schalke 04, zahlt diese Versicherung dann natürlich auch. Sowas gab es beim VfB dann auch nicht. Also diese ganzen Fakten oder die ganzen Informationen, wenn man die so zusammenträgt, das scheint irgendwie alles so eine relativ unrunde Geschichte zu sein. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Weil Voting hat jetzt ja einen, wie ist jetzt, Vollstreckungsbescheid. Was jetzt aber nicht heißt, dass sie ihr Geld bekommen, sondern das heißt nur, dass der VfB nicht gezahlt hat und Mahnfristen hat verstreichen lassen. Und jetzt muss man sich halt wirklich irgendwie ums Geld streiten. Auch da kurze Nachfrage. Ich habe gelesen, dass Voting-Tag 30.311,14 Euro einfordert vom VfB Stuttgart. Die Module, die Abstimmungssoftware und die Tablets laut Ausschreibung aber nur 14.500 Euro gekostet haben. Entsteht diese dann deutlich höhere Summe jetzt durch Mahngebühren oder weißt du da irgendwas? Ne, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Weil das fand ich auch interessant. Also die Komplettlösung kostete 31.500 Euro und der VfB hat sich eben für die abgespeckte Version entschieden mit 14.500 Euro und jetzt, wie gesagt, möchte Voting-Tag 30.311 Euro und es wäre ja schon fast schon ein Treppenfitz der Geschichte, wenn die jetzt genau die Summe zahlen müssten aufgrund irgendwelcher Mahngebühren oder so, die sie von Anfang an hätten zahlen können ohne dann vielleicht die Probleme zu haben. Weiß man natürlich alles nie. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es dann Probleme gegeben hätte, weil man muss ja sagen, da dieses komische Neckar-Stadion liegt offensichtlich wirklich im digitalen Bermuda-Dreieck. Also das scheint einfach kein Netz anzukommen, egal wie man es macht. Das fand ich übrigens auch wieder sehr lustig am Sonntag, als ich vor dem Stadion stand und plötzlich kein Netz hatte und das kennt man ja, dass dann irgendwie, was weiß ich, das Telefon hängt oder es ist aber merkwürdig, dass du vor dem Spiel, vor dem Stadion kein Netz hast. Und dann hat, glaube ich, der Danny Geim auch auf Twitter ein Bild geschickt, dass das Fritzle wieder da sei und man auch im Stadion wieder kein Netz hatte und offensichtlich ist es wirklich das digitale Bermuda-Dreieck. Da funktioniert nichts und aus dem Grund bin ich auch dafür, dass wieder zu analog übergegangen wird und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon machen wollte. Es gibt jetzt eine neue Folge auf dem YouTube-Kanal von Last Week Tonight, die sich mit Voting Machines auseinandersetzen. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte, weil da geht es um die digitalen Voting-Geräte in den Staaten, die ja da auch bei ganz normalen Wahlen eingesetzt werden dürfen. Nicht so wie bei uns in Deutschland, da ist es ja verboten. Aber da sieht man ganz gut, warum einfach eine digitale Wahl einfach scheiße ist. Punkt. So. Und ich bin der Meinung, das muss raus aus dieser Verfassung, aus dieser, nicht Verfassung, sondern Satzung. Satzung, so ist es richtig. Wir müssen da zurück zum analogen Abstimmungssystem oder von mir aus zu diesem Klick-System, das wir bei der Ausgliederungs-Mitgliederversammlung hatten. Das war ja keine WLAN-Geschichte, oder? Das war ja irgendwie so ein elektronisches Abstimmungssystem. Oder ging das auch über das WLAN? Ich meine, es wäre auch Funk gewesen, aber es ging halt über separate Abstimmungsgeräte. Und ich bin aber auch mal sehr gespannt, wie jetzt am 15.12. dann abgestimmt wird. Weil es ist ja Indoor und der VfB hat ja gesagt, man hat einen anderen Dienstleister, man wird nach wie vor digital abstimmen. Und ich denke, es läuft darauf hinaus, dass man vermutlich mit so Scan-Karten arbeitet. Also du hast irgendwie Karten mit einem Barcode oder mit einem QR-Code und musst dann aber schon vor irgendeinem Lesegerät und deine Karte dann da dran halten. Das kann man natürlich als digital verkaufen. Eigentlich ist es analog, weil du könntest die Karte auch genauso gut reinschmeißen, nur dass halt in Echtzeit quasi ausgezählt wird. Aber ich glaube, wir werden am 15.12. keine Abstimmung per WLAN erleben. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie das WLAN-Gate vom 15.7. irgendwie ausgeht. Weil also, ja, er hat mir wirklich viel erzählt und es war sehr interessant davor und danach. Und ja, das ganze Ding lief halt echt überhaupt nicht rund und nicht so, wie man es eigentlich erwarten müsste von einer Mitgliederversammlung mit ein paar tausend Leuten. Also es läuft alles auf einen Rechtsstreit hinaus, deiner Meinung nach? Ja, es scheint so, nachdem jetzt so quasi die Büchse der Pandora geöffnet ist und man sich nicht einigen konnte, ohne dass die Öffentlichkeit vom Zwist erfährt, ja, befürchte ich schon, dass das irgendwie ein bisschen länger noch dauern wird. So, dann nehmen wir diese Ausgabe an einem Dienstag auf. Morgen ist Mittwoch, wenn ihr das Ganze hier zum ersten Mal hören könnt, möchte ich so sagen. Und am Donnerstag, am 7.11. werden wir erfahren, wer denn letzten Endes am 15.12. zur Wahl steht und für wen wir den QR-Code abscannen können oder was auch immer es dann gibt für eine Möglichkeit. Wird natürlich ganz spannend sein. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Susanne Schosser, Christian Riedmüller, Martin Bitzer und Klaus Vogt sind die letzten vier verbleibenden Kandidaten. Zwei davon werden es dann letzten Endes werden. Die stehen auch schon fest. Uns sind die nicht bekannt, aber die werden dann wie gesagt am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Weißt du, die stehen jetzt schon fest? Es gibt vom Beirat jetzt keine finalen Diskussionsrunden. Ich weiß, dass sie jetzt schon feststehen. Okay, okay. Aber gut, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die am Mittwoch sich nochmal zusammensetzen und sie jetzt... Aber wer weiß, du wer weiß. Ja, also das würde ich fast schon unprofessionell finden. Wenn man sich dann echt am Mittwoch erst hinsetzt und am besten dann noch, weiß ich nicht, auf dem Handy irgendwie so ein Statement tippt. Ne, natürlich stehen die jetzt schon fest. Ne, vermutlich stehen sie jetzt wirklich schon fest. Und dann sind wir mal gespannt, wer es dann werden wird. Ich möchte mich hier nicht zu einem Tipp hinreisen lassen. Aber ja, also, ja, ich möchte mal so sagen, alles, was ich bis jetzt gehört habe, sind alle vier Kandidaten wirklich auch geeignete Kandidaten. Also das hörte sich wirklich sehr gut an, auch über die Kandidaten, die man jetzt vielleicht nicht so kennt. Ja, Frau Schosser und Herr Riedmüller, nee, Herr Bitzer, weil Herr Bitzer inzwischen eigentlich dann auch bekannt wurde, möchte ich mal sagen. Da gab es ja jetzt einige Artikel über ihn, die man finden konnte. und ja, so ein paar Leute, die ihn kennen aus seiner Zeit als Direktor des Württemberg-Gymnasiums, haben ja auch ein bisschen was erzählt. Bleibt nur die Susanne Schosser übrig, die man jetzt nicht so gut kennt, aber da wurde mir auch mitgeteilt, dass das eine sehr, sehr gute Kandidatin sei. Und mal gucken, wer es dann am Ende wird. Bleibt also spannend. Guido Buchwald hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Wir werden das Thema jetzt nicht nochmal komplett aufarbeiten, weil wir haben ja letzte Woche schon viel dazu gesagt. Im Endeffekt hat sich auch nicht viel geändert. Ja, der Buchwald bleibt bei seiner Meinung, dass da einiges schiefläuft im Aufsichtsrat, kann so richtig oder wird nicht ganz so konkret, wie ich mir das wünschen würde. Der VfB beziehungsweise der Vereinsbeirat bestreitet die Anschuldigungen von Guido Buchwald und am besten, Sebastian, habt ihr das vom Vertikalpass zusammengefasst mit einem GIF. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man sieht halt, wie sich zwei Männer, was ist das, kratzen oder abklatschen? Ich kann es nicht so richtig definieren, aber es wirkt halt wirklich so ein bisschen wie so ein Bitchfight, wenn man das so ausdrücken darf. Ja, es braucht Zeit absolut gar nicht. Diese Unruhe ist wahnsinnig unnötig und ich bleibe dabei, wenn es was Konkretes zu vermelden gibt, dann bitte jetzt konkret werden. Ja, jetzt ist der Moment, wo man die Klappe aufmachen muss und ganz konkret die Dinge benennen muss, die man hier kritisiert und nicht so im Wagen bleiben darf. Also, vielleicht möchte ich jetzt dann doch noch einen kleinen Punkt aufgreifen. Ich glaube, der Herr Buchwald sprach davon, dass er mit einer Mail belegen kann, dass das seine Anschuldigungen Hand und Fuß haben. Ja, dann muss die Mail vielleicht dann doch mal in die Öffentlichkeit. Also, wenn es die gibt oder so, wäre es vielleicht nicht schlecht. Ja, aber ansonsten. Ja, die Art und Weise der Diskussion da, die ist mir auch etwas sauber aufgestoßen, vor allem, wenn der Wolf Dietrich Erhard sagt, dass er und der Guido Buchwald sich ja schon Jahrzehnte irgendwie persönlich kennen, dann sollen sie es entweder unter sich regeln und nicht über die Presse oder Tacheles reden halt. Aber so ist es halt irgendwie so ein Pseudo-Fight, der zu nichts führt, außer zu noch mehr Unruhe irgendwie im VfB und zumindest den VfB irgendwie nicht weiterbringt und dann kann man es auch lassen oder man macht es halt dann irgendwie richtig und sagt halt, ja, spricht halt, wie du sagst, Tacheles spricht die Sachen an, legt irgendwelche Belege vor, aber so ist es einfach unschön und ein bisschen Kindergarten. Wir können ja jetzt schon mal anteasern, nächste Woche werden wir die reguläre Fahrfolge auch erst am Dienstag aufnehmen, weil wir beim dunkelroten Tisch sind und vielleicht gelingt es uns vom dunkelroten Tisch auch noch eine Folge aufzunehmen und da werden wir ja dann auch schon so ein bisschen über die Kandidaten sprechen können, die ja dann schon feststehen und sich auch uns vorgestellt haben. Also das wird vielleicht ganz interessant, vielleicht kriegen wir da was hin am Montag für euch, und das Thema Vereinspolitik nimmt natürlich jetzt Fahrt auf. An der Stelle kann ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass es eine wundervolle Veranstaltung geben wird aller vier VfB-Fan-Podcasts, die Viererkette live am Donnerstag, 28.11. im SSC in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon Ende dieser Woche da etwas konkreter wird, ja, also da gibt es Überschneidungen, die für euch vielleicht sogar schon ein Stück weit auf der Hand liegen. Also, dann freut euch mal auf die Ankündigung auch von der VfB-Viererkette in den nächsten Tagen. Ich denke mal, so kann man es ungefähr zusammenfassen. So. Gut, Sebastian, kommen wir noch zur Jugendabteilung des VfB Stuttgart, zumindest zu einem Teil davon. Und zwar habe ich mir am Samstag das U21-Spiel angeschaut zwischen dem, also das ist nicht das U21-Spiel, das ist falsch, sondern das Oberligaspiel der U21 des VfB Stuttgart gegen den ersten Klub für Rasenspiele Pforzheim. Ja, ich musste erst mal googeln, was erster CFR heißt. Ich wusste es wirklich nicht, aber jetzt habe ich gelernt, es ist der Klub für Rasenspiele. Das Spiel ging 2 zu 0 aus und ja, man kann es glaube ich so zusammenfassen, dass das ein Pflichtsieg war für den VfB Stuttgart. Mich hat jetzt das Spiel an sich nicht begeistert, das lag aber weniger am VfB, sondern dann eher an Pforzheim, die natürlich das gemacht haben, was so ein, ja, einfach eine etwas schlechtere Mannschaft so macht, nämlich sie stellen sich hinten rein, verteidigen gut und lauern dann auf Konter und das hat in der ersten Halbzeit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, der VfB hat zwar das Spiel gemacht, hat auch zu Beginn gute Chancen gehabt, ich glaube gleich nach 30 Sekunden muss eigentlich schon das 1 zu 0 fallen, das sah nicht schlecht aus, aber mit zunehmender Spielzeit haben halt auch die Pforzheimer dann ihre Kontermöglichkeiten gehabt, Gott sei Dank nicht genutzt, muss man an der Stelle sagen und die Entscheidung fiel dann erst kurz vor Schluss oder ja, in der 78. Minute, 12 Minuten vor Schluss, als Jan Kliemann sein 6. Saisontor erzielen konnte, nach einer Vorlage vom eingewechselten Joel Richter, der dann in der 81. Minute den Sack zugemacht hat mit dem 2 zu 0, hat also eine sehr, sehr gute Partie geliefert aus meiner Sicht, überhaupt waren die Einwechslungen sehr, sehr gut von Paco Fass, Joel Richter, der wie gesagt ein Tor geschossen hat, eins vorgelegt hat und auch Sokrafakis hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung, die Spieler aus der ersten Mannschaft haben mich nicht so begeistert, Tanguy Koulibaly war mit dabei und Matteo Klimowicz, Roberto Massimo, der ja in der Oberliga schon das ein oder andere mal aufgedreht hat, aber gegen Pforzheim nicht so zur Geltung kam, wie ich das schon gesehen habe in Oberligaspielen, ja, aber wahrscheinlich kann man jetzt mit diesem Spiel ja auch nicht viel anfangen, also das war halt einfach mehr oder weniger ein Pflichtsieg und jetzt heißt es halt einfach das nächste Spiel oder sich aufs nächste Spiel freuen, am 9.11. gegen die Stuttgarter Kickers, das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Nummer, gut ist, dass die U21 des VfB jetzt mit breiter Brust in dieses Spiel gehen kann, fünf Spiele ungeschlagen, auch wieder den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzt und ja, ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es dann gegen die Kickers läuft am 9.11. Also das wird ein interessantes Spiel, leider Gottes kann man sich es nicht live vor Ort angucken, weil ja der VfB die erste Mannschaft in Osnabrück spielt oder gehst du nach? Auf den Waldau, ne, ich hatte auch, ich spiele sonntags abends im Winter immer Hallenfußball auf der Waldau und als ich dann wieder zurück nach Hause fuhr, habe ich dann das Plakat da stehen sehen an der Ampel und dachte irgendwie, oh, Derby und Samstag, super, da kannst du hingehen und dachte, ja, ich spiele auf den VfB, aber auch in Osnabrück, das ist echt ein bisschen schade, weil das wäre echt mal was, was man sich schön anschauen könnte, ja, aber nicht, wenn die erste Mannschaft parallel in Osnabrück spielt. Ja, Mislintat hat es auch gesagt, es ist total ärgerlich, dass die erste parallel in Osnabrück spielt, ich hätte das Derby super gerne gesehen, aber das können wir jetzt nicht ändern, richtig, Herr Mislintat, übrigens an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Herr Mislintat, der ist heute 47 Jahre alt geworden und er hat auch schon gesagt, dass die erste Mannschaft die zweite oder die U21 sich nicht so unterstützen kann mit Spielern, weil sie halt eben ihre Spieler selber brauchen in Osnabrück, also ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt ausgeht gegen die Kickers. Genau, aber dennoch kann man sagen, dass die U21 so ganz langsam ins Rollen kommt, die war ja, so Anfang der Saison dachte man, wie geht es da aus, weil irgendwie Missionen wie der Aufstieg ist ja eigentlich klar und da sah es ja echt nicht so gut aus, aber jetzt so, wenn es Richtung der langen, langen Winterpause geht, wird die Perspektive ja echt immer besser. Ja, also David Tumic kehrt jetzt auch noch seinen Muskelfaserriss zurück, ich bin jetzt auch etwas entspannter, was das angeht, das heißt, wie du schon sagst, eine Zeit lang wirklich danach aus, dass der Aufstieg in Gefahr geraten könnte, ja, man hat immer noch Rückstand auf den Tabellenersten, aber ja, es sieht schon deutlich besser aus als noch vor zwei, drei Wochen, von daher bin ich jetzt einfach mal optimistisch und hoffe auf einen Derbysieg auf der Waldau und ja, vielleicht kann David Tumic auch schon mitwirken, wäre mit Sicherheit nicht schlecht, wenn der zurückkommen könnte. Die U19 war auch erfolgreich, gewann 2 zu 3 oder andersrum 3 zu 2 gegen Kaiserslautern, musste zweimal einen Rückstand aufholen und am Ende waren es Eggloff, Hummel und Hollerbach, die den VfB zum Sieg schossen. Jetzt geht es am Samstag um 13 Uhr gegen den SC Freiburg, die sind drei Punkte hinter Stuttgart, ich glaube, Stuttgart ist aktuell auf Platz 3 hinter Bayern München und Mainz 05. Ja, auch bei der U19 würde ich mal gern wieder vorbeischauen, aber da passt es auch nicht so richtig mit den Terminen und dann sind wir schon mit der Abteilung Jugendfußball durch, vielleicht eins noch, es gibt jetzt eine offizielle Kooperation zwischen Groß Asbach und dem VfB Stuttgart, die finde ich eigentlich ganz interessant, also Zukunft ist Sonnenhof, Groß Asbach, der offizielle Nachwuchs-Kooperationsverein des VfB Stuttgart und hauptsächlich wird man da in den Bereichen Talentsichtung und Entwicklung zusammenarbeiten. Das primäre Ziel wird so beschrieben, die gesamte Region fußballerisch stärken und Talenten den Weg in den Nachwuchsbereich des VfB ermöglichen. Also hört sich für mich jetzt danach an, dass man über den in Anführungsstrichen Umweg Groß Asbach vielleicht Spieler da erstmal ausprobieren möchte, bevor sie dann beim VfB aufschlagen oder verstehe ich das falsch? Ja, also diesen genauen Wortleiter-Statements habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber grundsätzlich erschien es mir so auch für eine grundsätzliche Lösung, wenn es mit dem Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft nicht klappen sollte, dass man halt damit Groß Asbach quasi noch so eine Art bösgesagt Farmteam hat, was ja vielleicht sowieso aufgrund der regionalen Nähe schon gegeben ist, wenn man natürlich diese Kooperation dann noch ein bisschen festigt, ist das also für den VfB sicherlich keine schlechte Sache. Ja, und der VfB versucht natürlich auch Groß Asbach etwas zu geben und zwar wird es Nachwuchstrainerseminare für die Trainer von Sonnenhof Groß Asbach geben, also das ist sozusagen das, was der VfB in die Waagschale wirft. Thomas Krücken, der Direktor Sport-Nachwuchs-Leistungszentrum beim VfB Stuttgart meint dazu, unser gemeinsames Ziel ist es, motorisch begabte Kinder und Jugendliche für den Sport und für den Fußball zu gewinnen und auch dadurch eine Stärkung unserer Sportregion und unserer Nachwuchsmannschaften zu erreichen. Ja, ist halt auch so ein typisches Presse-Statement. Man kann sagen, motorisch begabte Kinder, das war super. Kannst du Quader höher als 1,50 stapeln, dann kannst du auch in Zukunft ein VfB mitspielen. Das ist die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Gut, Sebastian, du wirst es nicht glauben, wir haben alle Themen abgearbeitet in dieser, ja man kann sagen, Express-Folge für SDR-Verhältnisse. Liegt an meinem schnellen Internet. Wahnsinn. Warst du mit einem Knacksen, ich höre das ja nicht, habe ich geknackst? Es gab immer mal wieder so einen leichten Schluck auf, aber es war zu verkraften aus meiner Sicht. Okay. Ja, vielleicht noch eine schöne Geschichte hinten raus, wenn wir schon Zeit haben, dann können wir die hier definitiv platzieren und zwar gab es eine herzerreißende Geschichte, die sich am Sonntag zugetragen hat und zwar hat Mario Gomez, der kleinen Liv aus Freiberg am Neckar, ein VfB-Trikot geschenkt und mit Sicherheit auch einen unvergesslichen Stadion-Nachmittag und die Geschichte ist wirklich einfach toll. Es ist so, dass Liv ja durch eine OP Probleme hat, richtig zu essen, sie kann nicht richtig sprechen und ist halt gesundheitlich stark eingeschränkt und ich glaube die 107,7, also der Radiosender hier in Stuttgart hat irgendwie so eine Aktion gestartet und hat dem Mädchen ein Ponyritt geschenkt und ein kleines Plüschtier-Pony, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Video, das können wir eigentlich auch in die Folge hier mit reinpacken, dann könnt ihr euch das anschauen und Mario Gomez hat von der Aktion mitbekommen, also hat es irgendwie gehört, vielleicht bei der 107,7 oder es wurde ihm gesagt und dann hat er sich halt einfach dazu entschieden, die kleine Liv einzuladen, nach Stuttgart ins Stadion, samt Familie und dann eben den VIP-Bonus direkt verpasst, sprich in den Katakomben und noch mit Trikot und einfach mit Meet & Greet mit Mario Gomez und ich finde das großartig, vor allem, dass diese Aktion nicht publik gemacht wurde durch den VfB oder durch Mario Gomez, sondern die haben das einfach nur gemacht, um dem Mädchen zu helfen und natürlich der Familie so ein Stück weit und ich glaube, die Bild-Zeitung hat es dann veröffentlicht und ja, einfach eine tolle Aktion, freut mich und ja, wichtig, dass sowas dann auch bekannt wird aus meiner Sicht, also finde ich toll von Mario Gomez, das ist unser kleiner Rauschmeißer hier am Ende dieser Ausgabe und übrigens, wenn ihr jetzt helfen wollt, kann ja sein, dass ihr sagt, Mensch, toll, wenn Menschen helfen können und vielleicht seid ihr jemand, der helfen kann, empfehle ich euch, dem Dennis zu helfen, der braucht nämlich immer noch so ein paar Euros, um sich seine Operation leisten zu können, ihr wisst es, Dennis, chronisches Erschöpfungssyndrom, wir erzählen das jetzt schon seit ein paar Wochen, aber es reicht immer noch nicht, obwohl ihr jetzt vom Vertikalpass, lieber Sebastian, einen wirklich enormen Batzen dem Dennis überwiesen habt beziehungsweise zugesichert habt über die GoFoundMe Kampagne, im Namen aller würde ich da einfach mal jetzt an dich Danke sagen für die Bespendenbereitschaft von Vertikappas, ihr habt glaube ich ja einfach einen Anteil von euren Bucheinnahmen dem Dennis überschrieben. das muss ich dazu sagen, es ist eigentlich quasi nicht unser Geld, sondern das Geld der Leute, die unser Buch direkt bei uns gekauft haben zum regulären Preis, aber da wir halt vom Verlag einfach ein schönes Wort Autorenrabatt bekommen können wir es natürlich günstiger einkaufen und wenn wir es dann zum regulären Preis verkaufen, gibt es natürlich einen gewissen Erlös und wir haben gesagt, alle die, also von allen, die unser Buch direkt bei uns kaufen, deren Erlös behalten wir nicht bei uns, sondern ja, geben wir weiter und das ist dann, läppert sich dann halt auch zusammen und ja, wir sind da total glücklich, dass wir jetzt heute dann quasi die 60.000 voll machen konnten, also das ist nicht mit unseren Spendien von der Gesamtsumme und ja, es ist noch ein, trotzdem noch ein weiter Weg, aber mehr als die Hälfte geschafft und ja, ich denke, wir kriegen das hin und wenn alle jetzt nochmal, nochmal versuchen zu helfen, wo sie können und auch gerne weiterhin das Buch direkt bei uns irgendwie beziehen, dann geht da noch was. Also Buch wird natürlich auch wieder verlinkt in unseren Shownotes und natürlich auch Fußballheimat Württemberg, das tolle Buch von Bernd Sauter, das ich auch nur empfehlen kann, das Vertikalbuch sowieso, die VfB Stuttgart Fußballfibel, absolut must have, also es gibt wirklich keinen VfB-Fan, der dieses Buch nicht gut findet, also da lege ich mich fest, das ist einfach für mich jetzt schon ein Klassiker in der VfB-Literaturgeschichte, weiß nicht, was da sonst was gibt. ich kann ja auch noch kurz anteasern, es wird, so wie es aussieht, ziemlich sicher, Ende des Jahres nochmal eine Lesung geben, tatsächlich von uns und zwar in Gerardstetten, hier draußen bei mir vor der Tür im Remstal, wird es die geben und ziemlich sicher zum Rückrundenauftakt gegen Hannover 96, davor am Samstag als Frühschocken quasi, also schon mal so für den Hinterkopf, aber wenn wir das alles festgezurrt haben, dann gibt es da sicherlich nochmal was Konkretes. Ja, dann nehmen wir noch gleich eine STA-Ausgabe live auf. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich lasse euch lesen und bin froh, wenn dann auch endlich mal Winterpause ist und man Ruhe hat vor diesem hektischen Business-Fußball-Welt. Ja, also zum Schluss nochmal der kleine Hinweis, am 28.11. Viererkette live, mehr Informationen gibt es dann Ende der Woche, aber ich kann euch versprechen, es wird sich lohnen, 28.11., das ist ein Donnerstag im SSC in Stuttgart-Bad Cannstatt. Lieber Sebastian, ich bedanke mich, oh, sorry. Ich hätte noch einen Termin, hätte ich noch, weil der ist am nächsten Sonntag und wenn ich den erst nächste Woche andringe, ist er schon rum und das wäre schade und wir hatten es ja in dieser Ausgabe schon vom jetzt nicht mehr Präsidentschaftskandidaten Guido Buchwald, also als Präsident vom VfB werden wir ihn so schnell nicht sehen, aber wer ihn trotzdem sehen möchte, der kann am kommenden Sonntag nach Ludwigsburg kommen und zwar in das Skala oder in die Skala, jedenfalls in das Kino, Skala in Ludwigsburg, in der Stuttgarter Straße, denn dort gibt es zum Abschluss der Ludwigsburger Lichtspielliebe, das ist so ein Filmfestival, wird dort am Sonntagabend der Film Diego Maradona gezeigt, das ist ein Dokumentarfilm, der ziemlich hoch gelobt wurde, ich glaube, in Cannes sogar abgefeiert wurde, also der scheint wirklich gut zu sein, der wird gezeigt am kommenden Donnerstag um 19 Uhr und im Anschluss an diesen Film gibt es dann ein Gespräch mit Guido Buchwald, was ich total geil finde, weil das passt ja hervorragend dazu und das ist wie gesagt am kommenden Sonntag 19 Uhr Skala Ludwigsburg und man kriegt Tickets dafür, die sind auch gar nicht so teuer, ich glaube, die kosten 9 Euro oder 10 Euro, kriegt man auf der Website vom Skala, ich glaube, das könnte eine ganz coole Sache sein, wie gesagt, der Film ist hoch gelobt, ist sicherlich sehr interessant und anschließend gibt es ein Gespräch mit Guido Buchwald live und in Farbe dort auf der Bühne. Das könnte sehr interessant sein. So, jetzt möchte ich dich verabschieden, Sebastian, at Butze ist dein Twitter-Account, bitte folgen, bitte folgen und natürlich at Vertikalpass, das ist der andere Twitter-Account von dir zusammen mit dem Zwickl, ABCET auf Twitter und dann gibt es natürlich noch Vertikalpass.de, da könnt ihr die neuesten VfB-Artikel, möchte ich fast schon sagen, Blog-Beiträge lesen, gab es jetzt auch wieder einen sehr, sehr empfehlenswerten Blog-Beitrag zu Carlos Mané. Also, das ist mir wirklich, es war einfach nur toll. Ich frage mich, wie man auf solche Texte kommt und diese, oder die Gedanken, die habe ich ja unter Umständen auch, aber ich könnte sie nie so in Worte fassen, wie ihr das könnt und da verneige ich mich mal wieder und empfehle jedem, diesen Carlos Mané Blog-Beitrag zu lesen. Großartig, fantastisch. Danke, ich gebe es weiter. Ja, also du bist ja auch ein Teil davon. Ja gut, den Text habe ich nicht geschrieben, aber das ist ja so, wo wir uns so ein Stück weit ergänzen, ich hatte ja dann irgendwie dieses Bild noch im Kopf, das ich dann gemacht hatte von Simon Tirodde, wie er den Elfmeter schießt zum 3 zu 3 gegen Dresden, habe es dann auf Instagram gepostet und war dann ja auch auf der Hinfahrt nach Ostwestfalen, auf der Autobahn, als ich wieder Beifahrer war und war dann total ergriffen, als ich dann auf einmal Kommentare von Simon Tirodde und Carlos Mané unter dem Instagram-Beitrag hatte und der Andreas hat sich da gedacht, hey, wenn das irgendwie für so viel Furore sorgt, warum macht man nicht gleich einen Text drauf und er hat dann die große Gabe dann halt irgendwie aus diesem epischen Bild halt irgendwie noch einen epischen Text zu machen, der noch viel besser ist, also das hat mich auch sehr gefreut, vor allem irgendwie so Carlos Mané, das war schade einfach. Ja, absolut. Hast du nicht den Text zum Dresden-Spiel geschrieben oder war das zum Hamburg-Spiel? Ich habe ihn, glaube ich, zum Hamburg-Spiel geschrieben. Also irgendwann habe ich von dir nämlich neulich auch gelesen. Ja, so hin und hin und wieder schreibe ich auch mal. Ich habe zu Hamburg einen Text geschrieben, ja. Dann war es der. Super. STR findet ihr auf Twitter, Facebook, Instagram oder at vfbstr, außer auf Facebook. Ich vergesse es selber noch. Es ist vf3str auf Facebook, sonst vfb, at vfbstr und natürlich die Webseite vielleicht auch nochmal durchgeben, vfbstr.de. Wird viel zu selten gesagt. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt dann wirklich abschließend bei dir, Sebastian. Ja. Ja, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Vielleicht gibt es sogar zwei Folgen. Mal gucken, ob das funktioniert. Gut, dann sagen wir bis nächste Woche. Ciao. Genau, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.